Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 273, heute mit einer Personality-Ausgabe über niemand geringeres als den unsterblichen, den unglaublichen, den einzigartigen Hulk Hogan. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist auf der einen Seite der Mann, der noch heute das Hulk Hogan-Team in seinem Auto in unfassbarer Lautstärke hörte, David Kloß von MANN TV. Wunderschönen guten Tag. Let me tell you something, Olaf. Wir hatten schon viele schlechte Imitationen hier, aber ich glaube, das war keine Imitation, das war Headlock pur. Das kam aus tiefster Seele. Am besten war die Pause vor Olaf dann irgendwie noch, wenn wir tell you, Olaf. Fantastisch, also so besser könnte ich es auch nicht machen. Apropos, man hört ja schon, wer noch da ist. Genau, der Michael Schaggy-Schwarz ist dabei, wunderschönen guten Tag. Hallo, freut mich sehr, dabei zu sein. Der Schäckster. Ich habe jetzt eine neue Stimme, die ich heute testen werde. Die habe ich ja extra neu heute gekauft. Zieh das bitte den ganzen Podcast durch, den ich gebe dir auch. Möchtest du das? Möchtest du diese Stimme? Oder möchtest du diese Stimme? Naja, lieber die Tiefe. Man muss dazu sagen, Schaggy war bei einem Sprachtrainings-Seminar irgendwie so und da hat man ihm erklärt, wie man seine Stimme besser einsetzen kann. Das ist das Ergebnis. Gratulation. Ja, ich würde gerne Pornos synchronisieren. Das ist gut, deswegen habe ich ein bisschen Stimmtraining gemacht. Und du übernimmst doch alle Rollen oder was? Ja, aber der Abend fängt schon fröhlich und lustig an. Wir nehmen nämlich auch zur abendlicher Stunde auf. Ich wollte mir gerade ein Glas Wein aufmachen. Ey, so unpassend war das jetzt auch nicht. Ich meine, wir sprechen nur über Hogan, da passen Pornos auch schon mal. Eben, weil Hogan ja auch Pornos gemacht hat. Und auch mein Getränk passt, weil ich mir leider kein Wein in meinem Kühlschrank gefunden habe, habe ich meinen alten Champagner aufgemacht. Der weiß weiß nicht, wie lange schon im Kühlschrank steckt. Aber nehmen wir jetzt den Podcast auf mit Pornos und Champagner und freuen uns über den Immortal Hulk Hogan. David, nochmal dein Stichwort? Nee, nicht nochmal. Wunderschön, das wird ein lustiger Podcast. Ich merke das schon. Ich bin gerade gespannt, wie viele Hörer wir jetzt schon verloren haben. Oder gewonnen wahrscheinlich. Oder gewonnen, ja. Shaggy, wo wir gerade schon in unserer Laune sind, du hast mit dem Markus zusammen auch noch einen wunderbaren Podcast für Patreon und Steady aufgenommen. Auch zu einem Thema, was auch in die Hogan-Ära ganz gut passt. Hogan hat auch jede Menge Jobber verdroschen und darüber habt ihr gesprochen. Ja, nicht über Hogans Jobber, die er verdroschen hat, sondern über die Jobber-Stars, über zehn bekannte Jobber, die wir nicht vergessen haben, die noch bis heute in Erinnerung geblieben sind. Und über die wir gerne gesprochen haben in unserer neuesten Ausgabe bei 2x5. Genau, das gibt es jetzt ganz aktuell bei uns, bei den Unterstützern, bei Patreon und bei Steady. Ansonsten natürlich da gerne vorbeischauen und auch bei uns auf dem YouTube-Kanal gerne mal vorbeischauen. Da haben wir jetzt aktuell Interviews, Tyler Bate zum Beispiel am Start. Wir haben ganz viel Gameplay-Material von WWE 2K20. Wer da Bock drauf hat, kann da gerne vorbeischauen und sich dann erst einen Eindruck verschaffen. Aber damit würde ich einfach sagen, hier ohne großes Rumgemeier und ohne großes Rumgelaber, starten wir einfach durch mit dem Hulk-Hogan-Personality-Podcast, nachdem wir schon fünf Minuten rumgeeiert haben. Genau, das wollte ich deswegen meinen Lacher. Bevor wir hier zu den wirklichen Personalien von Terry Bollea kommen. David, was ist das Erste, an was du denkst, wenn du den Namen Hulk Hogan hörst? Sag jetzt bitte nicht Sextape. Nee, daran denke ich wirklich, zum Glück immer noch nicht als erstes, sondern WrestleMania VI gegen Ultimate Warrior. Und vor allen Dingen einfach dieses Wheel American Gimmick, weil ich hatte damals eine Videokassette vom Bertelsmann Verlag, da war ich Mitglied, gekauft. Und da ging es drei Stunden lang nur um Hulk Hogan. Und da wurde es einem so eingetrichtert, dass halt Vitamine und Börser und generell der beste Amerikaner überhaupt. Das ist total drin bei mir. Und die Farben natürlich gelb und rot. Shaggy, was ist das Zweite, an was du denkst, nachdem wahrscheinlich das Erste auch WrestleMania VI sein wird? Nee, ist es in dem Fall tatsächlich gar nicht, wenn ich an Hogan denke. Komischerweise nicht. Das ist, wenn ich an Warrior denke oder wenn ich an Wrestling im Allgemeinen denke. Aber wenn ich an Hogan denke, dann fällt, ich sehe einfach Hulk Hogan vor mir. Komischerweise nicht in dem Rot-Gelb, sondern wirklich, das ist die NWO-Zeit. Sein schwarz Bart mit dem blonden Schnurrbart drüber und sein schwarzes Outfit als Hollywood-Hogan. Das kommt mir komischerweise, ich kann dir nicht sagen warum, aber das kommt mir als erstes in den Sinn, wenn ich über Hogan nachdenken müsste. Oder was ich ja jetzt gerade tue. Bei mir ist es so ein bisschen wie bei David. Also ich habe auch natürlich dieses Match gegen den Warrior bei WrestleMania VI, habe ich auch ganz tief in mir verwurzelt. Ich habe auch schon gesagt, das ist ja auch so meine erste richtig emotionale Wrestling-Erinnerung, die ich irgendwo habe. Und deswegen ist das, glaube ich, auch da so ganz tief in mir verankert. Ansonsten war für mich auch immer der Auftritt und auch das Zerreißen des T-Shirts beim Auftritt und diese Siegesfeier zum Ende eines siegreichen Matches. Das war auch immer was, was mich immer besonders angesprochen hat. Bevor wir jetzt hier noch weiter in die Personalie einsteigen, lass uns doch gerade mal so ein bisschen ganz kurz drüber sprechen. Was hat den Kampfstil ausgemacht und was hat diese Figur Hulk Hogan vor euch ausgemacht? Shaggy, vielleicht fängst du da mal an. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn ich sage, Hulk Hogan war im Ring jetzt nicht unbedingt der Beste seiner Zunft. Da gab es deutlich bessere als ihn. Aber er ist auf jeden Fall eine schildernde Persönlichkeit. Ich habe es schon mal in einem anderen Podcast gesagt, eine lebensgroße Erscheinung, ein Superstar, ein latschenden Live-Charakter, par excellence. Also selten gab es Wrestler, die wirklich so herausgestochen sind aus der Masse wie er. Er hatte das Charisma, er hatte die Ausstrahlung und er war auch gar nicht mal so ein schlechter Wrestler, was er später noch nicht so gezeigt hat. Aber er war okay im Ring und er hat aber die Massen mitgerissen. Also nicht nur die Kinder, jeder liebte eine Zeit Hulk Hogan, als wir angefangen haben mit Wrestling. Hulk Hogan war der größte Star und Hulk Hogan ist auf jeden Fall jemand, der vielleicht ohne ihn wäre Wrestling vielleicht nicht so groß gewesen. Also jemand, der das Wrestling wirklich nach vorne gebracht hat, dem Wrestling viel gegeben hat. Ich glaube, ich wage zu behaupten, er hat dem Wrestling auch später viel genommen, das schon. Aber er hat auf jeden Fall dem Wrestling auch sehr, sehr viel gegeben. Ja, ich glaube, das mit dem nicht der beste Wrestler, das würdest du auch unterstreichen, David, oder? Auf jeden Fall, wo ich immer dran denken muss, wenn ich jetzt wrestlersch an ihn denke, ist es zum einen erstmal dieses Kräftemessen. Das hat der super oft gemacht in seinen Matches. Und vor allen Dingen in dem Moment, wenn er stark angefangen hat zu schwitzen und je mehr quasi die Pläte zum Vorschein kam. Ja, eigentlich, wenn du mich jetzt fragst, Matches, na, 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 denke ich eigentlich immer daran, erst in dem Moment, wo er halt echt am Schwitzen war wie sonst was, der Bereich vorher eher weniger, und dann halt dieser Hulk ab. Wenn er den gemacht hat, ich habe das als Kind dermaßen geliebt, ich weiß nicht warum, aber es hat jedes Mal funktioniert. Das ist nämlich auch ein gutes Stichwort eigentlich, weil ich glaube, Hulk Hogan ist was, das Leute, wie in unserem Alter sind, irgendwo ganz stark mit Wrestling verbinden. Und man wächst ja quasi jetzt mit dem Wrestling auf, man ist dann irgendwann ein bisschen älter. Und damit hat sich dein, vielleicht Kindheitsheld Hulk Hogan, mit deiner heutigen Perspektive auf die Persönlichkeit Hulk Hogan, kollidiert das bei dir manchmal? Weil Hulk Hogan ist ja schon jemand, der jetzt inzwischen auch mit sehr vielen Skandalen behaftet ist. Das kollidiert sogar gewaltig. Vor allen Dingen, wenn ich dann dran denke, wie viel Wrestler er in Anführungszeichen auf dem Gewissen hat. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Es funktioniert immer noch, wenn ich Hogan-Matches gucke, ich freue mich immer noch über den Hulk ab. Wirklich, ich finde das irgendwie immer noch cool. Aber es ist halt, gerade wenn er Titel gewinnt oder verteidigt, das ist sehr, sehr schwierig. Gerade wenn du halt bedenkst, wie ihm die Titel hinterhergeworfen wurden oder wie er halt auch seine Macht hat spielen lassen. Ja, gerade in der WCW-Zeit war das ja schon ziemlich krass. Shaggy, wie ist das bei dir? Hat sich deine Einstellung Hogan gegenüber verändert? Warst du früher ein Hogan-Fan? Ich war komischerweise nie wirklich ein Hogan-Fan. Also es gab immer die anderen Charaktere, die ich deutlich interessanter fand, die mich mehr angezogen haben, als es ein Hogan gemacht hat. Ich kann nicht sagen, warum. Ich weiß so, Hogan ist immer so der große Star gewesen. Aber ich habe mich eher für die kleineren Stars nebenher interessiert. Damals schon auch ein Mr. Perfect oder auch ein Bret Hart, der hervorgestochen ist. Oder aber auch so ein Texas Tornado. Das war so in der Anfangszeit. Das waren so die Wrestler, die mir besonders aufgefallen sind. Und Hogan war mir damals schon zu sehr im Rampenlicht. Und auch, klar, er hatte die Ausschreibung, wie ich gesagt habe, aber irgendwie seine Frisur, die er heute immer noch hat, ich weiß nicht. Also das war niemand, auf dem ich, wobei ich jetzt mittlerweile ja auch eine Klatze habe, fällt mir da gerade ein. Aber nicht so einen schönen Bart. Nicht so einen schönen Bart. Doch, ich habe einen viel schöneren Bart als Hogan. Aber zumindest nicht die Haare an der Seite. Egal, darüber wollte ich jetzt gar nicht reden. Worauf war ich stehen geblieben? Texas Tornado. Jedenfalls war es Hogan nie der, den ich wirklich geliebt habe. Also ich war schon ein bisschen über seinen Zinit hinaus, finde ich, mit WrestleMania VI, als wir angefangen haben. Und die einzige coole Zeit, als ich ihn wirklich richtig gut fand, damals Anfang WCW, war es auch noch mal ganz schlimm. Aber die Anfangs-NWO-Zeit, da fand ich ihn kurzzeitig richtig cool. Da hat er mir was gegeben, weil er da wirklich über seinen Schatten gesprungen ist und dann auf der bösen Seite war. Das war ganz cool. Von daher, ich war nie der Hogan-Fan, aber ich war immer jemand, der zumindest nicht so negativ Hogan gegenüber eingestellt war. Was man sagen muss, der hat aber auch immer generell diese Star-Porn, nicht nur vom Auftreten her, sondern auch, er war einer der ersten Wrestler bei WWE mit Entrance-Musik. Das stimmt. Damals noch mit Eye of the Tiger. Ja, und es war halt schon eine Besonderheit. Die meisten Wrestler kamen halt ohne Musik zum Ring und bei ihm immer Musik. Und ich verbinde mit ihm auch ganz ehrlich diesen Theme-Song, weil der ist ein verdammter Ohrwurm. Das Eye of the Tiger oder Real American? Nee, Real American. Ja. Das ist absolut richtig. Ich glaube, das ist auch was, wie gesagt, wenn man in der Zeit groß geworden ist, wie wir das alle getan haben, dann ist dieses Real American-Ding, das hat man schon im Ohr gehabt. Also, da geht gar kein Weg dran vorbei. Ich war auch nie der allergrößte Hogan-Fan. Ich habe es ja auch schon gesagt, auch bei WrestleMania 6 war ich für den Ultimate Warrior. Ich war zwar nicht für Earthquake oder so, schön in anderen Fäden. Aber ich war auch für Sid damals, weil ich gesagt habe, der Hogan, der muss langsam mal weg. Wir wollen die neuen Gesichter sehen. Gut, hat auch nicht so richtig geklappt. Naja, ich war nie der große Hogan-Fan, aber trotzdem, er war natürlich so ein Star, den hat man gesehen und fand es irgendwie cool. Und das passte dann eben auch irgendwo in die damalige Zeit. Aber aus heutiger Sicht ist natürlich sein Charakter auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Trotzdem, wir reisen mal zurück in das Jahr 1953. Am 11. August ist Hulk Hogan geboren worden. Damals unter dem bürgerlichen Namen Terry Eugene Bollea in Augusta, Georgia ist er geboren worden. Sein Vater war Bauarbeiter, also Vorarbeiter auf der Baustelle. Pietro Peter Bollea und seine Mutter war Tanzlehrerin und Tänzerin, Ruth mit Namen. Und daher hat er auch so ein bisschen, ja, seine künstlerischen Anwandlungen gehabt haben. Er war wohl ein sehr großes Kind, also sprich schon später auf der Highschool war er schon ein ordentlicher Brocken. Also hat seine Mitschüler um mehrere Köpfe überragt, mehr oder weniger. Und soll wohl auch damals schon mit seinen, ja, Lehrern so ein bisschen aneinander geraten sein. Wo es dann Ringen und so gab. Und er hat dann tatsächlich mal einfach einen seiner Lehrer, seinen Sportlehrer, gepinnt versehentlich. Und der hat ihn dann einmal quer durch die Halle gescheucht. Hogan selbst hat angefangen mit, ja, 15, 16 Jahren Wrestling zu schauen. Und er war damals ein riesengroßer Fan von Dusty Rhodes und hat sich auch später zum Vorbild genommen, so Aktionen zu verkaufen, wie es an Dusty Rhodes gemacht hat. Hat nicht ganz geklappt, wenn man ehrlich ist. Aber das war auf jeden Fall einer seiner großen Vorbilder. Vom Look her, das wird jeder sofort sehen, der sich in der damaligen Zeit so ein bisschen in der Wrestling-Landschaft umgeschaut hat, ist natürlich Superstar Billy Graham für ihn eine ganz große, ja, ganz große Nummer gewesen. Und das Witzige bei ihm ist eigentlich, dass er ja gar nicht, also zumindest zunächst einmal, gar nicht Wrestler werden wollte. Ich weiß gar nicht, wusstet ihr das, was er eigentlich werden wollte? Shaggy, weißt du das? Frauenarzt vielleicht? Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hattet der nicht Bassist bei Metallica werden? Nee, das hätte zwar auch gepasst, weil zu der Musiker-Geschichte kommen wir gleich. Der wollte eigentlich Banker werden. Hinterm Schreibtisch. Let me tell you something. Dann kommt jemand rein, will ich einen Kredit haben und dann sagt er, let me tell you something, brother. Genau. Wissen Sie, David, so geht das. Ja, ich habe auch nie gesagt, dass ich Imitator bin. War nur Spaß. Wir haben gerade schon die Musik angesprochen. Die hat ja bei ihm in gleich mehrerlei Hinsicht quasi eine große Rolle gespielt. Zum einen kommen wir nachher zu der Rock'n'Wrestling Connection und dann war er selber ja Musiker. Er hat Bassgitarre gespielt, war auch damals da in der Region, wo er gelebt hat dann zu der damaligen Zeit, also in Florida. Da war er in einer Band aktiv namens Ruckus. Und naja, ich sage mal so, wenn da jemand wie ein Hulk Hogan mit der Statur und mit der Größe am Bass steht, dann ist das schon was, was Aufmerksamkeit kreiert. Und die Band Ruckus hat damals wohl auch in der Tampa Bay Area, wo die damals gespielt haben, waren die wohl schon recht bekannt. Darf ich mal kurz was fragen? Ja, ich wollte eigentlich gerade noch eine witzige Anekdote erzählen, aber komm, spring dazwischen. Ich muss dazwischen springen und zwar, wenn du gerade von Rockbands redest zu der Zeit, die hatten ja alle lange Haare. Habt ihr schon mal ein Bild von Hogan gesehen mit Haaren? Ja. Also ich habe das noch nie gesehen. Doch, gibt's da. Da hat er wirklich lange blonde Haare und da ist oben auch noch was drauf, sagen wir es mal so. Oh, ich muss mir mal den Link schicken, das möchte ich mal sehen. Es gibt ein paar Dokumentationen, wo eben alte Bilder von ihm gezeigt werden und das ist wirklich schon absurd, wie er als Kind aussieht. Es gibt dann Fotos, wo er irgendwie so 15, 16 ist, quasi so mitten in Pubertät und der ist dann irgendwie 1, weiß ich nicht, 1,95 groß oder sonst irgendwas und die anderen Kids neben ihm sind halt irgendwie so normal. Also das ist ganz merkwürdig, weil er auch echt massiv gewesen ist schon damals und auch schon viel trainiert hat und so. Das Witzige ist aber, ich hoffe, dass die Geschichte stimmt. Ich habe da mehrere Versionen von gehört, wie er zum Wrestling gekommen ist und eine ist nämlich, dass er auf der Bühne gewesen wäre. Also er hat ein Konzert gespielt mit seiner Band und seine Freundin, die er damals hatte, die war auch dabei und stand im Publikum. Und da sollen auch Wrestler vor Ort gewesen sein und die haben wohl seine Freundin angegraben, die im Publikum stand. Und dann ist irgendwann Hogan dazwischen gegangen, also damals noch nicht Hulk Hogan natürlich, sondern Terry Bollea ist dazwischen gegangen und hat die quasi so konfrontiert. Wenn dann so ein großer Musiker da runterkommt, lange Haare mit der entsprechenden Kutte und so, haben sich schon beeindruckt gefühlt irgendwo. Und die haben da zu ihm gesagt, Mensch, schauen wir doch mal, komm doch mal mit uns zum Wrestling. Und da können wir jetzt vielleicht so ein bisschen den Bogen schlagen. Also offiziell sollen das wohl Jack und Gerald Briscoe gewesen sein, die da dieses Konzert besucht haben. Auf jeden Fall, ob es dann dieses Anmachgeschichte gegeben hat, lasse ich das mal dahingestellt. Auf jeden Fall, Jack und Gerald Briscoe kennt man ja als bekannte Wrestling-Grüßen. Und Shaggy, wer war denn damals der Trainer von Hulk Hogan, also von dem späteren Hulk Hogan? Weil das ist ja so ein bisschen dein Steckenpferd. Das ist ein bisschen mein Steckenpferd. Das kennen die Hörer, die uns auch bei Patreon und Steady verfolgen, bei den Hellen aus der zweiten Reihe. Das ist immer mein Lieblingssekt, mein Lieblingsmoment. Aber ganz kurz, bevor ich darauf zu sprechen komme, ich habe die Geschichte auch mal im Interview mit Gerald Briscoe tatsächlich gehört, dass er es auch war, der die Freundin von Hogan damals angemacht hatte. Habe ich wirklich auch im Interview mit Briscoe. Also ich glaube, wenn es eine Legende ist, ist sie sehr gut aufgebaut worden, auf jeden Fall. Und auch die Briscos waren es ja auch die, die Hogan damals auch Hiromatsuda vorgestellt hat. Hiromatsuda, der ein großer Trainer, auch ein Star in Japan war, ein legendärer Wrestling-Trainer auch, der damals einige Wrestler trainiert hat, unter anderem Leute wie Lex Luger zum Beispiel auch. Er hat ganz generell bei Championship Wrestling in Florida, also bei der CWF damals, wo die Briscos sehr aktiv waren, hat er einige der Wrestler dort trainiert, war er der Haupttrainer. Die hatten so eine kleine Wrestling-Schule, die angegrenzt waren. Aber er hat dann Leute trainiert, sogar auch wie Paul Orndorff und Cowabob Orton. Ron Simmons hat er trainiert, ein Scott Hall war da mal kurz auf der Schule, sogar ein Hercules Hernandez, den man auch aus der Zeit kannte, ein Quaid Muda, so Leute waren da alles Leute, die bei ihm trainiert haben. Ein Osamu Nishimura, auch ein später japanischer Star, der lange Zeit in Deutschland auch ein bisschen aktiv war. Also wirklich große Namen, die da trainiert haben bei Hiromatsuda. Genau, und ein sehr harter Hund wohl muss der gute Herr Hiromatsuda gewesen sein. Auch da gibt es eine Geschichte zu. Er hat nämlich bei Hogan's ersten Training ihn wohl gefragt, so, du möchtest also Wrestler werden und soll dann Hogan das Bein gebrochen haben. Ich habe auch im Interview von Hulk Hogan selbst gehört, dass er das erzählt hat. Es muss wohl eine wahre Geschichte sein. Und er hat sich mehrfach darüber ausgelassen, dass gerade zur damaligen Zeit selbst jemand mit einer körperlichen Statur, wie es ein Hogan mitgebracht hat, sehr hart angegangen worden ist von den Veteranen. Also sie müssen ihn da wirklich gequält haben mit Übungen und auch gerade mit Stretching-Übungen hat er da eben erklärt, wo wir dann quasi Haltegriffe an ihm durchgeführt haben und auch teilweise so lange, bis er unter Schmerzensschrei ohnmächtig geworden ist. Das mag ein bisschen überdramatisiert sein. Ich glaube aber, das möchte niemand durchmachen, was damals so mit den jungen, aufstrebenden Wrestlern passiert ist. Und es hat dann tatsächlich auch ein ganzes Jahr gedauert, ehe er dann in den Wrestling-Ring gestiegen ist, was eigentlich schon verdammt lang ist. Also aus heutiger Sicht kennt man das ja so vielleicht so ein halbes Jahr, wovon man dann das erste Match bestreitet. Da war es wirklich ein ganzes Jahr, vielleicht auch bedingt durch den Beinbruch, man weiß es nicht. Und dann ist er erst das erste Mal in den Wrestling-Ring gestiegen und damals gegen Brian Blair, den kennt man auch noch, B. Brian Blair von den Powerbees damals. Powerbees? Killerbees, ne? Killerbees. Ja, das war 77. Da war er schon ein bisschen älter und hat am Anfang erst mal unter einer Maske gekämpft. Und ich habe auch da so gehört, dass er ja nicht gerade sanft mit den Gegnern umgegangen sein muss. Also gerade weil er eben diese körperlichen Voraussetzungen mitgebracht hat, also auch wenn man sich diese frühen Fotos von ihm anschaut, unglaublich muskelbepackt, dieser Bodybuilder-Hintergrund, das hast du sofort gesehen. Der sah eben aus wie ein griechischer Gott, selbst unter dieser Super-Destroyer-Maske, die er damals getragen hat. War aber nicht auch wirklich, ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass er nicht so wirklich zufrieden auch war, damals mit Maske antreten zu müssen. Der Super-Destroyer war ein Charakter, der in der Liga damals in der CBF sehr aktiver und bekannter Charakter war. Und Don Jardin, der ihn vorher verkörpert hatte, der hat dann die Territorios gewechselt, ist dann als Spoiler auch maskiert woanders angetreten. Und der Charakter des Super-Destroyers war aber gerade in der großen Geschichte und man wollte das nicht aufgeben. Und dann hat man einfach Hogan unter die Maske gesteckt, weil er körperlich zwar ein bisschen breiter und muskulöser und auch größer war als Don Jardin, aber am ehesten von den Wrestlern, die noch da waren im Worcester, hingekommen ist von der Körpergröße und hat ihm einfach den Super-Destroyer-Charakter spielen lassen für eine Zeit. Und da war Hogan nicht wirklich zufrieden. Generell ist diese Anfangsphase für einen Hulk Hogan gar nicht so einfach. David, das war ja wirklich auch so, dass da er Probleme gehabt hat, quasi den Fuß in die Tür zu bekommen. Also Shaggy hat es gerade schon gesagt, er war unzufrieden und es hat sich ja dadurch auch geäußert, dass er zwischendurch dann sogar noch ein Gym wieder aufgemacht hat, nämlich das YT & Terry's Olympic Gym. Hat er da einfach mal eröffnet und war dann da irgendwie beschäftigt. Also es war nicht so, dass er diesen geradlinigen Weg ins Wrestling genommen hat, oder? Ähm, ja, nur davon wusste ich nichts. Was warst du damals nicht in diesem Gym aktiv? Ich bin generell nie im Gym aktiv. Aber ich muss auch zugeben, das meiste, was ihr da sagt, das musste ich halt auch erst nachlesen, weil bei mir fängt das einfach sehr spät in der zweiten Phase von WWE an, bei WWF. Ja, wir müssen ehrlicherweise sagen, dass wir das natürlich die Zeit damals auch nicht wirklich verfolgt haben. Ich war zwei, glaube ich, oder eins, also da war ich auch noch nicht großer Hogan-Fan. Aber ich habe es auch ein bisschen nachgelesen. Und dieses, diese, aber gerade mit der Eröffnung dieses, ja, dieses, dieses, ja, Fitnessstudios. Fitnessstudios, genau so, ich war mit dem deutschen Arm, ist mir nicht eingefallen. Hat er auch relativ schnell Ed Leslie damals schon kennengelernt. Brudus Beefcake, Brudus und Barber Beefcake. Olaf behauptet immer noch, das war mein erster Lieblingsgewässler, was ja auch ein bisschen so ist. Aber die haben sich relativ früh schon kennengelernt. Und man kennt ihn ja heute immer noch als, ja, den besten Freund neben Jimmy Hart von Hulk Hogan, der ihn ja seine Karriere immer wieder begleitet hat. Genau, und wie gesagt, da hat Hogan nicht so richtig den Fuß in die Tür bekommen zum Wrestling. Hat dann eben ein bisschen auch eine Auszeit genommen vom Wrestling. Eben hat dann da gearbeitet. Die beiden, Leslie und Bollea, haben damals dann auch später dann noch als Tag Team miteinander gerestelt. Aber es war nicht so einfach für ihn da Fuß zu fassen. Die beiden haben es dann probiert. Als Brüder, als Brüder vor allem, gell? Genau, als Brüder, nämlich als die Boulder Brothers, was ich auch ziemlich geil fand. Boulder Brothers klingt halt schon ziemlich witzig, sagen wir es mal so. Und haben dann eben in, ja, haben dann bei Jerry Jarrett in der CWA gerestelt, haben dann da für kleines Geld wirklich ein bisschen gearbeitet. Aber die beiden haben sich da trotzdem nicht so recht, ja, zurechtgefunden. Das war so ein Anfang, aber es hat ein bisschen gedauert, sagen wir es einfach mal so. Und es hat dann auch langsam eins zum anderen gefunden, sagen wir es einfach mal so. Weil da war es dann auch so, dass Hulk Hogan natürlich aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen da auch gerade mal in Memphis dann zu, wie Radioshows eingeladen worden ist. Und wie es der Zufall so wollte, da war da gerade Lou Ferrigno unterwegs. Und Shaggy, das ist ja fast dein Metier hier, du bei den Giganten. Ja, da haben sich die beiden Hulks quasi getroffen. Also, Lou Ferrigno ist der Fernsehstar gewesen, der in der alten 70er, Anfang 80er Jahre Serie den Incredible Hulk gespielt hat. Also, die Verwandlung von Bruce Banner in den Hulk, das war der, der sich grün angemalt hat, muskulöser Bodybuilder, der dann auch, ja, der quasi den Hulk in der Serie verkörpert hat. Und das war ein kleiner Star und Hogan war so ein bisschen auch beeindruckt von ihm. Beeindruckender war aber, dass Hogan deutlich größer und noch ein bisschen breiter war als der richtige, als der richtige Incredible Hulk. Und man hat dann Hogan daneben gesehen und dachte, das ist doch eigentlich der wahre Hulk. Und von da an war der Spitzname Hulk der omnipräsent. Genau, er hieß dann plötzlich Terry the Hulk Boulder. Also, ein bisschen doppelt gemoppelt. Und manchmal ist er auch als Sterling Golden angetreten. Also, das sind so die, die frühen Anfänge, die wir hier eben gehabt haben. Er hat später noch um die NWA World Heavyweight Championship, ähm, gerasselt. Ähm, hat's dann, äh, 1979, da bin ich dann geboren worden, ähm, hat er dann seinen ersten Titel gewonnen. Und das war nämlich der NWA Southeast Heavyweight Championship. Und er hat Ox Baker besiegt damals. Ich hab Ox Baker übrigens mal live erlebt. Nur so als kleiner Gag am Rande beim Ring of Honor Event nämlich. Witzigerweise. Naja, wursch. Ähm, andere Geschichte. Und zur damaligen Zeit, und jetzt können wir schon so ein bisschen den Bogen schlagen, da ist auch schon die WWF auf ihn aufmerksam geworden. Aber das war damals natürlich noch nicht der heutige Vincent Kennedy McMahon, sondern es war natürlich sein Vater. Es war, äh, Vincent J. McMahon, Shaggy. Und der hat ja, äh, Hogan schon damals unter Vertrag genommen. Ähm, ja, der war auch beeindruckt von, von dem, von der Ausstrahlung. Ich meine, die hat Hogan ohne Zweifel und natürlich auch von, von seinem Körperbau. Und das hat, da hat man gleich gedacht, das ist der, da hat man gleich viel in ihm gesehen. Ähm, man hat ihm dann auch quasi den, den Namen gewechselt und ab da war der Name Hogan geboren. Und aus Hogan und dem Hulk wurde dann tatsächlich Hulk Hogan. Und, äh, der hat schon zu Beginn gleich für Eindruck geschindet bei der World Wrestling Federation damals. Und, ähm, bei seiner, bei seiner ersten, ähm, ja, bei seinem ersten Auftritt in Madison Square Garden durfte er gleich einigen, einen der großen Stars, auch wie Teddy Biasi, besiegen. Mit einer ziemlich coolen Aktion. Mit einem Bär-Hulk-Mann. Ja, so. Das ist übrigens auch schön. Ähm, Hulk Hogan hat, äh, glaube ich, im Steve-Orson-Podcast mal erwähnt, dass, wenn er, äh, etwas ändern würde an seiner Karriere, dann die Tatsache, dass er den Leg-Drop als Finishing-Move verwendet hat. Ja, kein Wunder. Genau. Er hat ja noch den Bär-Hack behalten, ja? Ja. Er wäre zumindest sicher gewesen, er wäre noch immer genauso groß wie damals. Genau, du sagst nämlich ganz richtig, weil der Leg-Drop, auch wenn der so unspektakulär für uns aussieht irgendwo, sag ich mal, also jetzt gerade so die Späteren waren ja nicht mehr besonders spektakulär, äh, am Ende seiner Karriere, aber das hat maßgeblich dafür gesorgt, dass er unglaubliche Hüft- und, äh, Rückenprobleme gehabt hat im späteren Verlauf. Und David hat es gerade schon angesprochen, also er ist dadurch auch ein ganzes Stückchen kleiner geworden, durch dieses ständige Stauchen von, äh, der Wirbelsäule und von seinem Oberkörper. Also das war auf jeden Fall was, was er, äh, da bereut hat, der Leg-Drop. Naja, er hat gemeint, vielleicht hätte er lieber ein Steeperholt nehmen sollen. Wobei das noch die Zeit war, da hatte er noch nicht dieses bekannte WWF-Outfit, sondern da hatte er auch schon mal schwarze Hose an, mal eine blaue Hose an. Also das war noch nicht der Hulk Hogan von, äh, von später. Das erklärt auch, warum er dann bei dem Film, ähm, dann später auch nicht das Hulk Hogan Outfit an hatte. Genau, das, äh, kommt auch noch mit dazu. Das kam ja ein bisschen später dann mit, äh, mit dem Rocky III-Film, wo er mitgespielt hat. Äh, aber es war dann tatsächlich so, dass er damals auch noch als Heel agiert hat. Das, äh, der Faceturn, der kam mir erst ein bisschen, äh, der kam mir erst ein bisschen später dann an der Seite von Bob Beckland. Witzig übrigens auch, der Name Hogan natürlich ist ja hier auch wiederum, äh, entlehnt an einem Iren. Also er sollte eigentlich einen, einen klassischen Iren spielen und man wollte, und, ne, die McMahns kommen immer auf gute Ideen, was Gimmicks angeht. Eigentlich wollte, äh, Vincent J. McMahon auf jeden Fall die Haare rot färben und Hogan hat gesagt, ne, bevor mir die Haare noch weiter ausfallen, bleiben wir wieder blond, bin ich halt ein blonder Iren. Das finde ich eine ganz witzige Anekdote, die, äh, ist unter anderem auch hier bei Wikipedia verzeichnet natürlich. Kann ich dich was fragen? Frag mich was. Also er ist ja dann diesen mutigen Schritt gegangen, hat dann gesagt, er hat dann die Rolle angenommen bei Rocky III, den Stallone-Film, der halt auch mega Hit wurde, ähm, hat dadurch eigentlich alles riskiert. Wie war das denn für dich? Du hast ja Hogan wahrscheinlich auch erst später gesehen, du kanntest ihn als Face. Und plötzlich, bei mir war es so, Rocky hab ich halt nach, äh, Hogan gesehen, also nachdem ich den erst mal gesehen hab. Und da war der halt plötzlich, sah anders aus und war ein Heel. Und ich fand das total suspekt. Ähm, Rocky III, der Film ist ja irgendwie 82 in die, in die Kinos gekommen, ähm, Mai 82. Und da hat er den, äh, Wrestler Thunderlips gespielt. Und da, um das nur ganz kurz aufzuführen hier, also, und, und Thunderlips hat ja da so einen Charity-Kampf gegen Rocky bestritten und hat, ich liebe diese Szene, ich liebe auch den Film, muss ich jetzt sagen. Ich find den absolut fantastisch, äh, aber dafür hat, hat Thunderlips auch Hogan, äh, hat Thunderlips, ähm, den guten Rocky munter durch die Gegend geschleudert und, äh, das, wie hieß das, wie hieß das nochmal, die Ausgeburt der Männlichkeit oder sonst irgendwas? Ich weiß es. Ich glaub, so hieß das. Er kam auf jeden Fall mit leeren Damen im Ring und er war halt, äh, die Manneskraft schlechthin. Genau, genau das. Aber man muss dazu sagen, dass er in dem Film ja auch, er hat ja einen Wrestler auch porträtiert und man hat in dem Film auch gesehen, ich hab den Film tatsächlich auch vor, äh, gesehen, bevor ich Hulk Hogan dann so richtig kannte, bevor ich zum Wrestling gekommen bin, ähm, da hab ich, hat man, Hogan hat ja einen Wrestler porträtiert und der hat, ist im Film ja dann auch out of character dann auch gewesen quasi, er hat dann auch normal mit Rocky nach dem Match geredet, er war ja dann nicht mehr der Böse, sondern es war dann ganz klar, dass er quasi ein Wrestler ist, der eine Rolle spielt. Ja, ich fand's auch ein bisschen komisch, natürlich, aber ich, ich konnte dann schon unterscheiden zwischen dem Wrestler, den er da im Film darstellt und dem Wrestler, der dann nun mal, äh, bei mir, in meinem Herzen oder auf meinen Videokassetten oder was auch immer ist. In den Herzen. Aber man muss dazu sagen, es war halt auch wahrscheinlich der Glücksgriff schlechthin, äh, der, dafür sorgte, dass Hogan halt noch größer wurde, weil der Film war ein Megahit sondergleichen. Ja. Und er hat zwar dadurch seinen Vertrag bei der WWF verloren, aber im Nachhinein wurde er halt eben nicht nur den Wrestling-Fans bekannt, sondern eigentlich ein so gigantischen Publikum vom Mainstream, dass er dadurch halt eigentlich noch interessanter wurde anschließend. Auf jeden Fall, genau so war es. Also, ähm, Vince McMahon damals wollte nicht, dass Hogan in diesem Film mitspielt. Er hat zu ihm wohl gesagt, du bist ein Wrestler und kein Schauspieler, mach das, was du kannst. Und Hogan hat gesagt so, nee, ich glaube, das geht, ich glaube, ich kann das und ich glaube, das ist eine Chance. Und hat dann, wie du schon richtig gesagt hast, David, da wirklich eine Karriere, äh, beeinflussende und karriereverändernde Entscheidung getroffen. Nämlich zu sagen, nee, ich stelle mich hier über diese, äh, über diese Worte von McMahon und versuche das einfach. War mutig, aber es hat sich gelohnt und, äh, du hast gesagt, er hat damit, äh, an Bekanntheit gewonnen und er hat auch die Zeit genutzt, die er quasi von WWF weg gewesen ist und hat unter anderem auch in Japan gewrestlet. Hat bei New Japan damals gekämpft gegen Leute wie einen Tatsumi Fujinami, gegen Abdullah the Butcher und ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Und wir sind gerade bei Finishing Moves gewesen. Da hat er dann eine andere Aktion genommen, nämlich den X-Bomber. Das ist so eine Art, ja, Double, was ist das, so ein Double Sledge auf die Brust, also quasi so zwei Fäuste einem auf die Brust geschlagen. Ähm, das hat damals funktioniert und Shaggy, er war ja damals sogar, ja, der, äh, erste Sieger des, äh, IWGP Tournaments, ne, und, 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 äh, hat eine frühe Version des IWGP Heavyweight Championships damals gewonnen. Ja, und das, wenn ich mich nicht alles irrt, als erster Gage und als erster Ausländer quasi, das hat vorher noch nie ein Ausländer geschafft gehabt, ähm, vorher gucken, das war schon eine besondere Auszeichnung. Und es hat Hogan auf jeden Fall wrestlerisch nochmal nach oben gehoben. Ich weiß noch, in meiner Anfangszeit, als ich Hogan 90, 91 so, oder 89 dann so gesehen habe, dann gab es immer Referenzen, bis mir andere Leute gesagt haben, schau mal, der Hogan ist eigentlich ein viel besserer Wrestler als da bei der WWE, das hat er hauptsächlich in Japan gezeigt, also die, die Matches dort, wenn man da Aufnahmen noch sieht, frühe Aufnahmen, die, das ist ein ganz anderer Hogan. Hogan ist schneller, Hogan zeigt Aktionen, die er als Hulk Hogan bei der WWF oder WWE niemals gezeigt hatte. Ja, also ganz anders, er ist damals auch von Antonio Inoki teils trainiert worden, der hat ihn so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, hat gesagt, hier, das ist ein großer Star, er wurde ja auch von den japanischen Fans damals Ichiban, also Nummer 1, liebevoll genannt und Antonio Inoki hat ihn da unter seine Fittiche genommen, hat ihm erklärt, wie das alles funktioniert. Die beiden haben sowohl ein Tag-Team gebildet, haben aber auch diverse Male gegeneinander gekämpft und ich habe auch eine Geschichte gehört, dass Hogan ihn wohl einmal auch in einem Kampf mit Aktionen ins Krankenhaus befördert hätte und ausgenockt hätte. Also da wurde ordentlich zugeschlagen, aber Antonio Inoki hat ihn eben immer auch als, ähm, ja, Charakter und auch als starken Gegner quasi sehr geschätzt und mochte die Art und Weise, wie er da mit Hulk Hogan arbeiten konnte. Und deswegen, diese Zeit in Japan, das ist was ganz anderes. Das weiß Hogan auch zu schätzen, auch da gibt's immer wieder Interviews, wo er sagt, dass er den Stil, den er damals gefahren hat, äh, sehr mochte, dass er auch mal diese athletische Konfrontation sehr mochte und einfach jemand anders sein konnte, als das, was er eben dann später bei der WWF gewesen ist. Aber er war, genau, ganz kurz, er war ja nicht nur dann in Japan aktiv, äh, wir haben gerade den Film Rocky III angesprochen. Er ist ja danach, hat die WWF ja dann auch verlassen, weil das ja, sie, McMahon es nicht wollte. Und Hunger ist dann parallel neben Japan auch bei der AWE angetreten. Und da war er ein großer Fan-Favorite. Also er ist da, ähm, er hat zwar als, als Böser angefangen, aber das Publikum hat ihn geliebt. Die kannten ihn alle aus Rocky III und so weiter. Und er ist dann mit dem Erfolg aus, aus des Filmes einfach, ähm, zu einem der größten Fan-Favorites überhaupt geworden. Und, ähm, hat dann da auch schon erste Kontakte mit Bobby Heenan und seiner, ja, Gruppierung auch, die damals schon Heenan-Family hieß. Und auch, äh, Größen wie Nick Borkwinkel, also der, den Stars der AWE, der, der Szene damals, ähm, die, die durfte er dann schon antreten. Er war da ein, der große Face dann bei der AWE. Genau das. Und da hat er sich auch wirklich nochmal einen Namen gemacht. Generell, glaube ich, sind solche Zeiten, wie er dann hier eben gehabt hat, mit Japan, mit der AWE, da hat er, glaube ich, auch wirklich nochmal an dem gearbeitet, was er kann und, äh, wie er sich selber präsentiert. Und er hat eben gezeigt, dass er vielseitig sein kann. Er war mal der Gute, er war mal der Böse, er war mal der Athlet vielleicht auch in Japan. Und anschließend, jetzt sind wir wieder in dieser Geschichte, die wir letzte Woche besprochen haben, ähm, Winston Kennedy McMahon hat ja bekanntermaßen, äh, dann die WWF aufgekauft von seinem Vater, hat sie übernommen und hatte da ja große Pläne und brauchte Ratings und brauchte vor allem, äh, jemanden, der im Kabelfernsehen hier die Show repräsentieren konnte. Und das sollte dann ja tatsächlich ein Hulk Hogan werden. Ja, und man hat ihn dann ja ziemlich schnell zum Babyface geturnt, nämlich gegen, äh, und hat ihn einfach an die Seite von, ähm, Bob Beckland gestellt. Der wurde damals von den Walt Simones attackiert und Bob Beckland hat es dann ganz einfach gesagt, so, äh, der Junge, ich weiß, der hat früher mal hier mit Classy Freddy Blassie irgendwie gemeinsame Sache gemacht, den braucht er jetzt nicht mehr. Stattdessen, der ist jetzt ein guter Typ, der ist geläutert, hat sich verändert, passt schon. Und ab da war Hulk Hogan dann ja auch wirklich ein Megastar. Shaggy, ähm, hast du Geschichten gehört, wie das damals mit dem, äh, ersten Sieg des WWF, äh, Heavyweight Championships gegen Iron Sheik damals gewesen ist? Weil das war ja echt eine große Nummer im Madison Square Garden seiner Zeit. Na, man hat damals Hogan quasi als neuen Star aufbauen wollen. Bob Beckland war, äh, für, äh, Vince McMahon, für den jungen Vince McMahon seiner Zeit irgendwie überholt und man, Quatsch war, hatte immer noch, Bob Beckland war immer noch jemand, der bei den Fans ankam, aber, ähm, für Vince McMahon, für den jungen Vince McMahon war das ein, war das ein alter Mann und man wollte den einfach ersetzen und man konnte natürlich nicht von dem Fanliebling Beckland den Gürtel direkt an Hogan übergeben. So hat man natürlich den Iron Sheik gefunden, den niemand mochte im Publikum und als Übergangsgegner. Er ist sich selber auch nicht. Ja, er ist sich selber auch, der mag sich. Ich glaube, wenn ihn jemand mag, dann der Iron Sheik doch selber. Ähm, und man hat ihn als Übergangsgegner eingebaut, hat ihm den Titel abnehmen lassen quasi von Bob Beckland mit, äh, der Hilfe auch von Classy Freddy Plessy, der ein sehr verhafter Manager war. Wie gesagt, Olaf hat's grad schon angesprochen, der war auch mal Manager als in Hogens böser Zeit quasi und, äh, hat Hogan den, ähm, den Titel übergeben. Kurze Zeit des Iron Sheiks an, ähm, Übergabe an Hogan und das war quasi auch ja der Startpunkt der WWF, wie wir es so ein bisschen, wie wir sie kennen heute. Genau. Und der Startpunkt vor allem von Hulkamania, Entschuldige. Ich wollte grad sagen, also erstmal die Erfindung von Hulkamania war halt schon eine grandiose Idee. Man muss halt dazu sagen, äh, eine Gruppierung zu nennen quasi. Das war schon ein verdammt kluger Marketing-Schachzug. Äh, einfach deshalb, weil man halt dazugehören möchte. Man kann eine Partei noch mehr ergreifen. Und zum anderen war das halt auch der Start, ja, heute vergleichbar ein bisschen mit Roman Reigns. Man hat ihn dann wirklich jahrelang, äh, on top gesetzt. Und zwar auch nur auf ihn gesetzt. Muss man auch ehrlich sagen. Das ist auch schon ein gewisses Risiko auch dabei. Aber man hat ihn ja gepusht bis zum Erbrechen. Also er hat, er konnte jeden schlagen. Er konnte Andre the Giant schlagen oder Woody Piper, King Kong Bundy oder sonst wen. Also er war halt dann wirklich vier Jahre lang Champion. Und das ist extrem. Genau das. Also die Hulkamania, äh, lief da wirklich Ape Shit. Das Running Wild, wie es ja so schön heißt. Und ich, du hast gerade clevere Marketing-Strategie angesprochen. Es ist eben auch so klug. Dann hat er ja seine, seine, ähm, Fans. Das waren da die Hulkamaniacs natürlich. Er hat diese Regeln aufgestellt, ne. Für Kinder. Für Kinder, genau. Er war ja auch wirklich ein absolut für ein junges Publikum gemachter Charakter, ne. Von wegen hier, äh, sagt eure Gebete, esst eure Vitamine und geht trainieren. Später kam er noch dann, äh, glaubt an euch mit hinzu. Das kam er dann 1990 in der Fede gegen Earthquake. Aber das hier war der Startschuss. Und, ähm, gerade in den Gorilla Monsoon hat es natürlich auch dann, äh, ähnlich wie das später vielleicht auch ein, ähm, ein, äh, Jim Ross mit einem, ähm, Steve Austin gemacht hat, ne. Mit der, mit der Austin-Era ist begann oder sonst irgendwas. Das hat Gorilla Monsoon hier eben, äh, proklamiert am Mikrofon mit Hulkamania ist hier. Und das war wirklich ein großer Startschuss. Und wir haben gerade diesen Titelwechsel angesprochen. Zum einen wollte man damals natürlich nicht so, ja, Face gegen Face haben. Also Backland gegen Hogan. Das wollte man nicht. Da hätte keiner so richtig gut ausgesehen. Zum anderen war es aber wohl auch so, dass, äh, ein Backland nur gegen jemand, äh, den Titel verlieren wollte, der ein Ringer gewesen ist. So. Und ein Hulk Hogan war ja kein Ringer. So ein Hulk Hogan war ein Bodybuilder und war ein Catcher. Und das soll auch wohl so hinter den Kulissen noch so eine, äh, Geschichte gewesen sein, weil es halt dann nochmal der Titel gewechselt hat. Aber klar, diese Face-Face-Konstellation war eben dann die andere Geschichte. Und hier wurde dann, ja. Entschuldigung, was man aber auch bei ihm halt, ähm, sehr gut gemacht hat oder forciert hat, man hat ja auch versucht, besondere Momente zu schaffen. Also nicht nur, dass er halt im Main-Event war, sondern halt immer, ähm, Fäden, wo er, wo eigentlich man dazu gezwungen war, zu ihm zu halten und anzufordern. Oder halt besondere Momente, wie etwa den Body-Slam gegen Andre the Giant. Das war halt wirklich ein Aufblustern sondergleichen. Du hast halt eben nicht nur einfache Matches gehabt, sondern halt wirklich die dicksten Fäden, die größten Momente. Alles war hingearbeitet. Genau das. Und auch dieser Wiedererkennungswert, der musste eben auch da sein. Die Farben haben sich herauskristallisiert bei ihm. Wir hatten das Gelb und das Rot. Und dann eben auch die Aktion, die wir schon angesprochen haben. Diese typische Kombination aus dem, ähm, Hulking ab natürlich. Wir haben den Big Boot, wir haben den, äh, Leg Drop, wir haben davor natürlich den, den Finger und die drei Schläge gehabt und der Irish Whip. All das wurde quasi in dieser Phase, äh, der Zeit, ähm, ja, eingeführt. Und inklusive dann eben auch noch, wenn er dann gegen einen großen Gegner angetreten ist, äh, Earthquake, wie wir später gehabt haben, Andre the Giant. Dann gab's natürlich auch den Body-Slam für den großen Aha-Moment. Und, Shaggy, ich weiß, du bist ein riesengroßer Comic-Fan. Und als ich ja die Geschichte mit Hulk Hogan durchgelesen hab, ich hab mich immer gefragt, wie haben die das damals eigentlich mit dem, äh, ja, mit Marvel gemacht? Weil der unglaubliche Hulk und Hulk Hogan und der Immortal Hulk Hogan, das ist ja nun nicht so weit auseinander. Ja, man hat sich tatsächlich mit Marvel zusammensetzen müssen, äh, und, äh, hat darüber diskutiert, wie man den Namen Hulk nutzen kann, weil Marvel natürlich nicht so beeinverstanden war, dass man einen der Hauptcharaktere bei den Marvel-Comics nutzt, um einen Wrestler, äh, zu bezeichnen. Man hat ja Hogan auch damals nicht nur als Immortal, man hat ja auch tatsächlich auch gesagt, Incredible Hulk Hogan ist öfter. Man hat sich dann darauf geeinigt, dass man Hulk zwar nutzen konnte, es gab ja den grünen Hulk, es gab den grauen Hulk, die gibt's ja bei Marvel, aber es gab auch den gelb-roten Hulk, und das war der Hulk Hogan, also Incredible, den Beinamen musste er ablegen, ähm, man durfte ihn, und man hat für, ich glaube, damals hatte man erstmal einen Vertrag für 20 Jahre, für die Namen Hulk Hogan, Hulkster und Hulkamania, ähm, äh, ist mal eingegangen, und da war Marvel einverstanden, man hat Marvel aber tatsächlich auch eine Ablöse gezahlt. Die Zahlen kursieren im Internet, aber ich will, man weiß es nicht genau, aber man hat schon einen großen Betrag an Marvel zahlen müssen, dafür, dass man diesen Namen wirklich nutzen durfte. Ja, und, äh, es gab auch einen roten Hulk übrigens. Es gab auch einen roten Hulk, den hab ich ganz vergessen, und Ski-Hulk natürlich. Das stimmt. Ski-Hulk war super. Die war Anwältin. Ja und, war super? Ja. Alles gut. Naja, auf jeden Fall. Ich hab auch einen Film gesehen, wenn in China mal Ski-Hulk gespielt hat. Leute, zu dem Thema kommen wir noch. Genau, aber wir kommen jetzt erstmal zum anderen Thema. Wir haben's gerade schon gesagt, Hulk Hogan war, äh, sehr lang, äh, Champion, dann natürlich, ähm, war das absolute Face of the Company, wie man so schön sagt, ähm, und, ja, er hat eigentlich so diese Rock'n'Wrestling Connection hier nach vorne getrieben. WWF hat damals probiert, ähm, das Wrestling raus aus dem, ja, wie soll man sagen, aus den normalen Wrestling-Hallen zu bringen und rein in die Wohnzimmer, um es mal so auszudrücken. Und da, äh, hat man ja diese Rock'n'Wrestling Connection gestartet und plötzlich hatte man, ja, dank Hulk Hogan auch, das muss man auch ganz klar sagen, man hatte plötzlich bekannte Gesichter unter den Zuschauern, unter den Gästen, es gab Musiker, es gab, äh, Hollywood-Schauspieler und das lief natürlich alles darauf hinaus, dass wir irgendwann, äh, WrestleMania haben sollten, nämlich genauer gesagt am 31. März 1985 natürlich. Und, Shaggy, da hatten wir ja dann ja plötzlich, ja wirklich einen, äh, ja, Schauspieler plötzlich im Main-Event neben Hulk Hogan gegen Roddy Piper und Paul Orndorff. Ja, das war sogar einer der echten Freunde von Hulk Hogan. Niemand geringer ist als Mr. T, der, der Hogan überredet hat, doch auch Teil des, äh, Wrestling-Business für eine kurze Zeit zu werden. Das hat wirklich auch für Furore gesorgt. Also, wir haben noch, du hast es angesprochen, man hat Stars dann auch wirklich gesehen und MTV ist ein großer, wichtiger Faktor gewesen. MTV hat Wrestling als cool empfunden und, äh, man hat zusammen dann diese Walk-in-Wrestling-Connection gegründet, in Anführungsstrichen gegründet und, äh, Wrestling war zu dem Zeitpunkt in aller Munde. Die Leute haben es am Fernsehen geschaut, du hast es gut beschrieben, weg von den Wrestling-Hallen rein ins Wohnzimmer, weil so war es, genau so war es. Wrestling wurde für den Mainstream entdeckt und Mr. T hat da seiniges dazu getan. Also, das, äh, man hat dann um Hulk Hogan und Mr. T eine große Geschichte gebaut gegen zwei Wrestler, zwei gute Wrestler, ähm, gegen Roddy Piper und Mr. Wonderful Paul Arndorf, das waren quasi die, die Nemesis der beiden und da gab es den großen Main Event von WrestleMania 1 und das, da, man hat alles auf eine Karte gesetzt und hat, ja, ist, wie wir heute wissen, WrestleMania ist größer als alles andere. Man hat es wirklich geschafft, Wrestling zum Mainstream zu machen. Vor allen Dingen, äh, Hulk Hogan hat ja auch noch ein sehr prägnantes Gesicht und es ging ja nicht nur weiter, dass dann anschließend man nur Wrestling gemacht hat, sondern er war ja dann auch in Fernsehserien zu sehen, er war im Love Boat, er war vor allen Dingen im A-Team zu sehen. Ja, magst lachen, aber so kleine Auftritte, die reichen einfach, um eine ganz andere Zielgruppe zu erreichen und eben, weil er so ein prägnantes Gesicht hat, jeder hat ihn sofort erkannt. Ich kann mal ganz kurz dazu sagen, ich bin ein großer Fan als Kind gewesen der Serie Love Boat und ich bin auf der, als ich es damals gesehen habe, ähm, ich wusste nicht, dass Hogan in der Sofa-Folge mitspielt, als er plötzlich aufgetaucht ist, ich bin auch vom Sofa aufgesprungen, weil ich mich so richtig gefreut habe, dass einer, den ich kenne vom Wrestling in so einer Sendung dabei ist und das war schon damals, als ich es gesehen habe, sicherlich 91, 92, also so in der Wiederholung habe ich es damals gesehen, ich habe mich da noch gefreut und deswegen, es war schon was Besonderes, dass, wie David gesagt hat, hat, dass Hogan in wirklich in den normalen Fernsehshows, dass Wrestler dann protetriert wurden, dass Wrestler jetzt gleichwertige Stars wurden. Hogan war halt überall, das muss man ganz klar so sagen. Hogan war auf, weiß ich nicht, Cornflakes-Verpackungen, auf Jacken, auf T-Shirts, auf Tassen, auf, wahrscheinlich auch auf Ice-Cream-Bars, um diesen Gag hier wieder auszugreifen. Und die Talkshows ohne Ende. Genau, und das ist witzig, weil da gibt es ja auch den ersten Skandal, muss man dazu sagen, ne? Also, das war ja ein paar Tage, bevor, äh, Hulk Hogan quasi hier den großen Main-Event hätte bestreiten sollen, war ja in der TV-Talkshow Hot Properties und da ist er von dem Moderator Richard Belzer, ja, so ein bisschen gepiesackt worden, er soll ihm doch mal ja quasi, ja, einen seiner Aktionen vorführen. David, du lachst schon, was ist denn da passiert? Ja, er nahm ihn halt in, ähm, Aufgabegriff, also er, er stand hinter ihnen, hat die Arme verschränkt, unter seinen Armen, dann am Nacken gegriffen und dann einfach mal zugedrückt. Und zwar so lange zugedrückt, bis dann der Moderator wirklich K.O. ging, also er wurde ummächtig, ist er auf den Boden gefallen, äh, die Leute haben anfangs gesagt, nee, das war geplant, dann merkst du richtig, so eine Sekunde später doch nicht und Hogan steht einfach da von wegen so, tja, selber schuld. Ja, er ist wohl auch noch ein bisschen blöd mit dem Kopf aufgeschlagen quasi, als er da runtergesackt ist, ähm, und es gab dann tatsächlich wegen dieser Aktion einen, äh, ein, 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 ein Gerichtsverfahren, ne? Wird natürlich sofort geklagt, kann man auch verstehen, deswegen, ähm, aus heutiger Sicht ist es ja so, dass wenn du einen Wrestler fragst, kannst du mal mit mir irgendwas machen? Dann, die meisten machen das nicht. Aber er hat den ja auch die ganze Zeit provoziert, muss man dazu sagen. Ja, natürlich, natürlich, aber es ist trotzdem schwierig. Und da muss wohl, äh, eine größere Summe über den Tisch gegangen sein, also später, es gibt, sagen wir mal so, variierende Aussagen, es reicht von, äh, 5 Millionen Dollar, eine Hälfte Hogan, eine Hälfte McMahon, ähm, bis hin zu 400.000 Dollar, also wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo da in der Mitte, aber das ist auch mal so eine ganz interessante Geschichte, aber nichtsdestotrotz, das hat nichts dran geändert, dass, äh, Ne Haugen damals einfach überall gewesen ist, einer der, ja, der absoluten TV- und Medienstars in USA gewesen ist. Habt ihr eigentlich damals diese, äh, WWF-Zeichentrick-Serie gesehen? Ist mir grad so eingefallen, weil ich kann mich da so ganz, ganz dunkel dran erinnern, dass ich die mal damals über Antenne gesehen hab. Shaggy, kennst du die? Ja, ich kenn die, ich hab die dann irgendwann auch, aber erst viel später auch mal, mal gesehen, aber ich kann mich auch nicht mehr so richtig erinnern, aber das war schon irgendwie crazy, dass es so, dass es so was gab. Ja, also ich kann mich auch ganz dunkel nur dran erinnern, ich wusste halt nie genau, wir hatten ja damals holländisches Fernsehen empfangen, weil ich da so an der, relativ an der Grenze damals groß geworden bin und, äh, das war schon, das war schon witzig. Ich hab mich da immer drüber gefreut, wenn ich sowas gesehen hab, natürlich, ne, und, ähm, auf jeden Fall, da war Hulkamania der absolut heiße Scheiß, muss man so auszudrücken, und sollte es auch erstmal eine ganze Zeit lang, äh, weiterbleiben und natürlich mit dem, ja, vorläufigen Höhepunkt dann bei WrestleMania 3. David, du hast grad schon den, ja, den Bodyslam gegen Andre the Giant angesprochen. Andre the Giant wollte ja damals eigentlich, ja, zurücktreten, der war ja schon körperlich schon ziemlich durch, die beiden hatten schon, äh, früher mal Fäden in vertauschten Rollen gegeneinander gehabt, aber hier war es dann, ja, was, was komplett anderes irgendwie. Was hat, was hat diese WrestleMania so besonders gemacht? Die hatte doch den Rekord gebrochen, ne? Genau, das war die. Mit der größten, äh, Crouch schlechthin, die es jemals gab, äh, und bei dem Match muss man dazu sagen, jeder kennt diesen Bodyslam, das Match aber nicht, und das hat halt seinen Grund, weil das Match war wirklich echt schwierig zu gucken, und es gab ein anderes Match auf der Kart, was deutlich besser war, aber, ähm, es ist eigentlich lustig, dass trotzdem es man geschafft hat, man wollte eigentlich nur diesen einen Moment, es ging eigentlich in dem Match um nichts anderes, man wollte diesen einen Moment, diese Crowd waren über 90.000, äh, rastete aus, sondergleichen, und, äh, einfach nur diesen einen Bodyslam, den keiner gemacht hat, äh, vorher, oder zumindest nicht so, so, äh, in, in, in großer Atmosphäre. Den hat halt niemand gesehen, damals war es kein Kabelfernsehen gehabt, also es gab schon zigtausend andere, nicht tausend, aber es gab schon sehr viele andere Wrestler, die Andre the Giant schon geslammt haben, ähm, aber man hat es eben nicht, nicht gesehen einfach, und da, deswegen, das war eben dann der Moment hier, den man sehen wollte, und plus man hat ja auch dann einen Andre the Giant hier gedreht, Andre war ja über lange Jahre ein absoluter Publikumsliebling gewesen, und man hat ihn ja im Vorfeld, ähm, auf die Seite von Bobby the Brain Heen hier geturnt, und da gab es ja diese Konfrontation im Piepast Pit, Shaggy, kann sich da noch dran erinnern, diese Konfrontation der einzigen Freunde und dann diese Szene mit dem, äh, mit dem, mit dem, mit der Kette und mit dem Kreuz? Na klar erinnere ich mich daran, das hab ich natürlich nicht vergessen, das war ein Bobbastische Überraschung damals, weil an der Seite von Andre the Giant kam plötzlich ein alter Bekannter Hogens, und zwar Bobby the Brain Heen, mit dem Hogan ja auch schon einige Geschichten hinter sich hatte, und, äh, ja, Andre the Giant stellte sich sofort auf die Seite der Bösen und war absolut, dachte ich, große Nemesis von Hogan, und Bobby the Brain Heen, der Manager überhaupt, vielleicht der beste Manager aller Zeiten, und wenn so jemand einen Andre the Giant managt, dann, äh, heißt es schon einiges, der lieber Andre wurde zum bösen Andre. Leider Gottes bis kurz vor Ende. Andre the Giant war natürlich nochmal Tag Team Champion, bekanntestes Match, wahrscheinlich auch das von WrestleMania 6, ähm, gegen Demolition an der Seite von HQ, wo er dann am Ende ja auch, äh, ja, gegen Bobby Heen geturnt ist und dann wieder zu einem Guten geworden ist, aber ja, ansonsten dann eben aus gesundheitlichen Gründen ja keine größeren Geschichten mehr um Andre the Giant. Naja, er hat noch eine kleine Rolle an der Seite der Bushwackers gespielt, falls wir uns da noch dran erinnern, aber das war wirklich keine große Rolle mehr, ein großer Star, ein großer Wrestler, der klein und leise gegangen ist. Eigentlich ja, eigentlich ja, das ist traurig und irgendwie auch ein bisschen schön, teilweise auf, auf der anderen Seite eben auch, da gibt's, äh, auch eine tolle Doku zu, zu, äh, zu, äh, Andre the Giant, sollte man sich auch mal anschauen, was er sich getan hat. Auf jeden Fall, das hier war wirklich nochmal das, äh, ganz große Ausrufezeichen, was dann hier eben ein Hulk Hogan quasi für sich selber gesetzt hat. Hogan blieb dann für, äh, fast vier Jahre Champion, das muss ich auch mal irgendwie wegstecken, ähm, und hat, hat vor unglaublich großen Hallen gespielt und hat dann erst den Titel wieder verloren. Nämlich, Shaggy, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass, äh, die, die Geschichte mit, äh, mit den Happners und mit den, mit den, mit den gekauften, mit den gekauften, nicht gekauften, den geklonten Happners. Ja, das war, äh, aber auch eine gute aufgebaute Geschichte, weil die Happners, die waren ja beide schon bei der WWE unter Vertrag und man hat sie aber nie parallel oder gleichzeitig gesehen, ähm, es ist, es gab das Match Hogan gegen, ja, gegen Andre the Giant und, ähm, der Million-Dollar-Man hatte, äh, das war die Geschichte, den Referee, weil sie hatte einen Wrestler umoperieren, einen Referee umoperieren lassen und hat ihn quasi als Earl Happner aufgestellt. Das war natürlich sein Zwillingsbruder, Dave Happner, ähm, und man hat, hat erhogen, waren wirklich bis drei auf den Schultern, aber er hat durchgezählt und so wechselte der Titel zu Andre the Giant, der ihn dann aber gleich direkt weitergegeben hat, weil er ja von, auch vom Teddy Biasi, dem Million-Dollar-Man, bezahlt wurde, an, an ihn und das war aber den Offiziellen der WWE damals nicht, äh, ja, das, da konnten sie natürlich nicht mitgehen, das, man kann nicht den Gürtel einfach weitergeben und so ging die Geschichte weiter bis zu einem Turnier. Im Übrigen eine Sache, die sich sehr oft wiederholen wird in Hulk Hogan's Karriere, dass er einen Titel nicht unbedingt sehr klar verliert. Das schon, da muss ich dir recht geben, aber die Art und Weise, die war auf jeden Fall, ja, sehr innovativ zu dem Zeitpunkt. Wann hat man das schon mal, dass ein, ein extra jemand umoperiert wird, dass er genauso aussieht wie ein Referee? Ja, bei Teddy Biasi, denk dran, der hat auch einen zweiten Undertaker geholt. Das ist richtig. Der kann das. Das stimmt. History repeating. Genau. Everybody's got a price und so. Everybody's got a price for the Million-Dollar-Man. Ha, ha, ha. Das war nicht gut. Jetzt dreht er komplett durch. Das war richtig schlecht. David, schnell nochmal deine Hogan-Pardonie. Nee, mach ihn nicht, aber ich kann jetzt noch eine andere, oh yeah. Weil wenn ich halt Hogan denke, das war jetzt auch so langsam die Zeit, wo es anfing, dass wenn ich an Hogan dachte, halt auch Macho Man dazugehörte. Genau. Sowohl als Fädenpartner, als auch später halt als du. Aber das war halt wirklich, Macho Man wurde im Grunde genommen größer dadurch, dass er halt, ja, mit Hogan gefädet ist. Ja, die Mega-Power ist ein gutes Stichpunkt, den du gibst, Olaf uns auch weiterbringt. Weil das ist ja auch der Moment, zu dem wir jetzt gerade kommen, weil dieses Turnier brachte ja dann am Ende des Turniers auch Macho Man Randy Savage als Sieger hervor und neuen Champion. Genau, der Titel wurde ja vakantiert und dann gab es ja das Turnier bei WrestleMania 4. Übrigens kein gutes Turnier, kein spannendes Turnier. Hogan ist, meine ich ja, mit Under the Giant in den Viertelfinals schon ausgeschieden. Da gab es ein Double DQ und im Finale gab es ja dann Randy Savage gegen Ted DiBiase. Und da wollte eigentlich Under the Giant eingreifen. Hogan hat ihn davon abgehalten. Entsprechend, so wurden damals einfach Fäden gemacht. Die Bösen waren die Bösen, die Guten waren die Guten und die haben zusammengehalten. Danach hatten wir dann wirklich dieses Duo, sukzessive Trio natürlich mit Miss Elizabeth noch an der Seite. Und das waren dann eben die Mega-Powers. Aber Savage war nach WrestleMania 4 natürlich erstmal der amtierende WWF World Heavyweight Champion. Und dann gab es eben eine Fäde zwischen den Mega-Powers auf der einen Seite und den Mega-Bucks auf der anderen Seite. Und diese Paarung hat eben dann auch beim Summerslam damals, beim ersten Summerslam, muss man auch dazu sagen, gleich das ganze Ding hier geheadlined. Es gab dann auch noch Fäden gegen die Twin Towers. Die sollten später auch noch beim Bruch der Mega-Powers eine gewaltige Rolle spielen. Aber grundsätzlich war es dann eben hier so, dass, ja, das war erstmal jetzt eine Gruppierung. Aber man hat dann eben immer mehr so diese, ja, Zwistigkeiten der beiden irgendwie reingebracht. Weil natürlich ein Hogan extrem, ja, prägnant gewesen ist und vor allem auch, ja, sehr freundschaftlich mit Miss Elizabeth umgegangen ist. Dass aber natürlich ein Macho-Band da auch sehr eifersüchtig gewesen ist. Und da gab es immer wieder Anspielungen, dass dann eben ein Hogan vielleicht doch ein bisschen besser befreundet mit Elizabeth sein könnte als gedacht. Und das hat dann irgendwann auch einen sehr eifersüchtigen Savage auf die Palme gebracht. Die beiden trafen dann auch noch im Rumble aufeinander, wo dann ein Hogan natürlich Randy Savage eliminiert hat. Irgendwie, ja. Das hat super funktioniert. Ja. Also besser kannst du es nicht machen. Fantastische Geschichte der beiden, fantastische Fede, auf jeden Fall. Also ich war auch komplett drin, selbst jetzt kann ich mir immer noch angucken, weil die Fede ist super. Was aber, über was manchmal der Mantel des Schweigens gilt wird, wenn man über die Megapowers spricht, ist, dass Hogan zu dem Zeitpunkt auch eine coole Idee hatte für ein neues Outfit. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ein neues Accessoire. Und zwar hat er damals angefangen, diesen Helm zu tragen, ja, die euch in den, diesen Gladiator-ähnlichen Helm, der auch als Merch angeboten werden sollte. Und der aber tatsächlich nur sehr, sehr selten verkauft wurde. Zum einen, weil es teuer war und zum anderen, weil es einfach bescheuert aussah. Aber Olaf hat bestimmt einen davon. Olaf hat auf jeden Fall einen davon, diesen Helm. Den trage ich auch nur zu besonderer Gelegenheit. Bei Podcasten. Ja, genau. Deswegen ist meine Stimme auch immer so glockenklar, weil ich einfach so einen riesigen Hulk-Hogan-Helm trage die ganze Zeit. Der geht über das Mikro. Ende vom Lied war auf jeden Fall, dass natürlich dann hier, ja, es gab diverse Konfrontationen von Hogan und Savage. Und dann beim Main Event 2 trafen die beiden eben auf die Twin Towers. Und da gab es dann den endgültigen Bruch. Auch da traf nämlich zum einen erstmal Savage natürlich versehentlich Miss Elizabeth. Hogan hat sich die Dame geschnappt, hat sich um sie gekümmert und Backstage gebracht, woraufhin natürlich Savage alleine gewesen ist und dass das Match quasi da alleine bestreiten musste. Später in der Umkleide gab es dann aber endgültig die Attacke. Da lag dann, das Bild kennt garantiert jeder, glaube ich. Dieses Bild, wo Miss Elizabeth liegt hinten in so einem, ich wollte gerade sagen in so einem OP-Raum, aber in so einer Umkleide auf so einer Bank, mehr oder weniger. Und davor eben Hogan und Savage, die einander quasi, ja, anschreien, beziehungsweise Savage schreit, Hogan versucht zu beruhigen. Irgendwann gibt es die Ohrfeige und dann gibt es eben die Attacke. Savage ist als Champion, muss man auch schon dazu sagen, ist hier geturnt und, ja, hat letztlich eigentlich nur dazu geführt, dass dann eben diese Fede der beiden eingeleitet wird, um dann bei WrestleMania 5 hier eben zu kulminieren. Und das Ding hat damals Hulk Hogan gewonnen. Aber Shaggy auch in einem richtig guten Match, oder? Ja, also gut, der Macho Man Randy Savage ist ja ein guter Wrestler, ein herausragender Wrestler gewesen. Der hat mit Hogan einfach ein fantastisches Match gezeigt. Auch da war er sehr viel choreografiert, wie man so hört. Aber es war wirklich ein spannendes Match, tolles Match. Und man muss sagen, ein Jahr lang eine Fede aufbauen, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch echt was Tolles. Oder sogar über ein Jahr, wenn man den Start auch mitnimmt. Das ist schon fantastisch. Also, das hat die WWE damals auf jeden Fall geschafft und das war WrestleMania 5. Tolle Veranstaltung und mit einem wunderbaren Main Event. Also, ich fand es damals fantastisch. Und dann gab es den ersten Hänger, würde ich sagen, für Hulk Hogan. Weil danach kam ja erst mal sein Kinofilm, wo er erst mal die Hauptrolle hatte. Also, der Hammer, beziehungsweise The Hold Bars. Ja, The Hold Bars, ja. The Hold Bars. Sag ich jetzt einfach mal so. Ja, es gab ja dann auch wirklich dieses Tag Team Match, gab es ja dann zwischen Hulk Hogan und Bluetooth Beefcake auf der einen Seite. Da wird der Shaggy garantiert ganz glücklich gewesen sein. Und auf der anderen Seite der Macho Man und Zeus. Das gab es ja da wirklich. Aber ich weiß gar nicht, ich muss ehrlich sagen, dass ich an diese Matches vielleicht auch ganz gut so... Ich habe wenig Erinnerung daran. Shaggy, hast du da Erinnerungen gehabt? Ich sage mal so, ich habe sie verdrängt. Schon ganz gemein, dass du mich immer wieder darauf ansprichst. Du glaubst doch nicht, dass... Also, von den vier Leuten würde ich vielleicht gerne den Macho Man im Ring sehen, so gegen Hogan, okay. Aber so Beefcake und Zeus vor allem, der ja nun wirklich ein Anti-Wrestler war. Den haben wir ja sogar später nochmal bei der WCW auch nochmal zurückgebracht, was ja noch schlimmer ist. Aber nee, ich kann mich an das Match überhaupt nicht mehr erinnern. Was ist mit euch los? An den Filmen The Hold Bars natürlich schon. Den mochte ich damals als junger Heranwachsender sehr. Also, Entschuldigung, aber Zeus war so schlecht im Ring, dass ich sogar als Kind mir das gemerkt habe. Also, weil er hat geschielt, das war schon cool. Er hat erstmal geschielt und er hat halt auch einfach... Setting war nicht möglich. Also, er hat halt versucht, den überstarken Typen darzustellen. Hogan schlägt ihn und er weicht halt einen Millimeter zurück. Hogan could total übertrieben so, oh mein Gott, oh mein Gott. Zeus reißt die Arme hoch. Und als Kind dachte ich schon, ach du Scheiße. Und das zog sich halt so durch die Matches. Ja, schön war das nicht, um es so auszudrücken. Aber er hatte seine erste Hauptrolle in einem Film. Genau, also generell ist ja damals dann die Zeit gekommen, wo er dann ja auch häufiger mal... Er ist ja nicht besonders oft angetreten, sagen wir es einfach mal so. Es war ja wirklich so, dass er dann nur gelegentlich mal den Titel verteidigt hat und dadurch war es eben auch was Besonderes. Ich weiß übrigens noch, dass ich damals in Gremlins 2 im Kino gewesen bin und da gab es eben auch eine Hogan-Vignette. Ja, auch da bin ich aufgesprungen. Das war super. Aber es ist ja so, dass man... Also, ich war auch im Kino. War es nicht so, dass die Film... Also, man hat es so gezeigt, als würde die Filmrolle, als würde die verbrennen. Und dann ist Hogan doch irgendwie aufgestanden. Also, man hat dann Kinositze gesehen und ein Hogan ist plötzlich aufgestanden und hat gesagt, boah, was ist da passiert? Das kann doch nicht sein. Irgendwie, ich gehe jetzt sofort nach vorne und sage Bescheid. Und dann wurde er aber auch von den Gremlins doch auch attackiert irgendwie. Sowas in der Art war es doch. Nee, 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 nee. Wurde nicht von den Gremlins attackiert. Die Gremlins haben gesagt, okay, 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 okay. Und dann haben sie den Film wieder weiterlaufen lassen. Da geht es weiter. Aha. Dann ist ja Hogan also wirklich bigger als die Gremlins. Hulkamania runs wild. Genau. Ich kann mich aus der Zeit noch immer auch so an Matches gegen den Bossman erinnern. Da gab es ja so ein wirklich gutes Cage-Match, was die beiden gehabt haben so um den Dreh. Also bevor dann die große Fäde mit dem Warrior losging, die dann zu WrestleMania 6 mündete. Und ich kann mich auch an recht gute Matches und Fäden auch gegen Mr. Perfect erinnern. Generell natürlich hatten Hogan ja auch damals gegen die Hidden Family auch noch gefädelt. Und da steckte ja auch noch Mr. Perfect drin. Das sind auch so Match-Ansetzungen, die ich so im Hinterkopf habe. Und ich weiß, auf irgendeiner Kaufkassette hatte ich mal ein Match Hogan gegen den Genius. Das wollte ich gerade sagen. Hogan gegen den Genius. An das Mensch erinnere ich mich nämlich auch noch. Und da gab es Eingreifen von Mr. Perfect irgendwie am Ende. Und der Genius hat aber trotzdem nochmal den Legjob kassiert. So war das doch, glaube ich. Ja, der ist auch um den Ring rumgetanzt. Das war übrigens, das Match war auf dieser Special-Videokassette drauf, die nur um Hulk Hogan ging. Das kann sein, ja. Aus dem Badelsmann, aus dem Badelsmann-Verlag. Ich war ja auch mal Badelsmann-Club-Mitglied. Das ist ja echt so, das war ja so ein bisschen eine Sekte. Man ist ja da schwer wieder rausgekommen. Und du würdest lachen, ich war nur wegen den Wrestling-Videos da. Ja, und ich war auch, weil die gab es nur da. Genau, die gab es nur da. Deswegen bin ich auch Mitglied geworden. Ich durfte mir damals, die hatten so einen Aufsteller, WWF-Aufsteller, wo die ganzen WWF-Videokassetten drin waren. Und irgendwann war der leer und der wurde ausrangiert und ich durfte mir diesen Aufsteller mitnehmen. Das war schon fantastisch. Aber dann bin ich erstmal auch nicht mehr aus dem Badelsmann-Club rausgekommen. Das Naubau ist schwer. Ich bin dann aber irgendwann rein in unsere Filiale und hab gesagt, ja, ich bin der Bruder von Michael Schwarz, der ist gestorben. Also nur so eine Anekdote am Rande. So bin ich aus den Badelsmann-Club damals rausgekommen. Apropos, bei dieser Videokassette war halt nicht nur auch Ultimate Warrior mit dieser Superfede, ich meine, darüber müssen wir nicht viel reden, sondern halt auch die Fede gegen Earthquake, die war da so präsent, sondergleichen, das war die Fede, wo er quasi dann offiziell verletzt war und somit rausgeschnitten werden konnte und halt eine Auszeit nehmen konnte. Und die Fede war halt so extrem, weil es wurde dargestellt, dass durch dieses Hinsetzen auf den Brustkorb, der Brustkorb da durchgeknackt wäre, er war zitternd im Ring, wurde ins Krankenhaus gebracht. Das ging so weit, dass tausende Briefe von Zuschauern ihn erreicht haben, von wegen, ah, werd schnell wieder gesund, na, na, na. Und das war eine riesige Storyline in Amerika, von wegen, ja, komm, Vitamine, Amerikaner, wir halten zu dir, du schaffst es, kehr zurück. Ja, da haben Olaf und ich ja auch schon mal drüber geredet. Wir müssen über das Match mit Warrior jetzt nicht wirklich viel reden, das haben wir, glaube ich, schon mehr als genug gemacht. Aber so diese Geschichte mit Earthquake, das war ja, es gab einen Earthquake-Splash in der Brother Love Show und Hogan hat dann eine Auszeit genommen. Und wie du es gesagt hast, man hat ja es begründet mit, ja, Brustkorb zerschmettert oder Rippen gebrochen oder was auch immer. Und die WWF hat damals, hat ja sogar die Fans aufgerufen, Genesungskarten an Hogan zu schicken. Und ich habe mir damals als kleiner Junge auch überlegt, zu schreiben, aber da mein Englisch damals noch nicht so gut war, habe ich es irgendwie nicht gemacht, habe ich denen tatsächlich nicht geschrieben. Aber ich habe mir das auch überlegt. Auch Uli Fessler und Carsten Schäfer damals haben mir aufgerufen, wirklich Hogan Genesungswünsche zu schicken. Das würde ihn aufbauen. Und die Fans, die eine Karte eingeschickt haben, sollen angeblich, also ich kenne jetzt keinen persönlich natürlich, der das gemacht hat, aber soll angeblich eine Autogrammkarte als Dankeschön bekommen haben. So, naja. Ja, wer weiß. Na, immerhin etwas. Auf jeden Fall war der rausgeschnitten und, also erstmal die Fede war schon ein bisschen schwierig. Aber was danach kam, das fand ich sogar als Kind wirklich richtig, richtig schwierig. Also ich fand die Fede cool mit Earthquake, muss ich nochmal wiederholen, weil es irgendwie, es kam realistisch rüber. Also ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Mir, ich fand die Fede, für mich war das nach der Warrior-Geschichte mit die coolste Fede von Hogan. Klar, es war wieder ein weiterer Big Man, aber Earthquake war ein guter Big Man und das hat schon funktioniert. Ich habe ja nicht gesagt, dass es schlecht war, sondern es war halt schwierig jetzt im Nachhinein so, hm, okay, es war halt auch sehr großer Pathos dabei, aber dann kam halt, es war halt der Golfkrieg. Genau. Und man kam auf die super tolle Idee, hm, Real American, komm, gegen wen lassen wir ihn antreten? Ja, Sgt. Slaughter, der in dem Moment, eigentlich war der früher auch immer Amerikaner, aber das ist in dem Moment wurscht, sondern er hielt halt zu Irak, antreten ließ und das war echt eine schreckliche Entscheidung. Er hat ja erstmal, also Sgt. Slaughter hat den Titel vom Ultimate Warrior gewonnen beim Royal Rumble 91, mithilfe des Macho Man Randy Savage natürlich, der damals den Warrior attackiert hat und seinen Zepter mit dem Diamanten oben drauf auf dem Schädel des Warriors zertrümmert hat und da konnte auch der nichts mehr gegen machen. Sgt. Slaughter ist Champion geworden. Ich weiß, ich war damals total entrüstet und empört, dass sowas überhaupt möglich ist, dass Sgt. Slaughter den Warrior besiegt. Ich habe es nicht glauben können. Warrior damals ja auch mit der rot-weiß-blauen Gesichtsmontur hier unterwegs. Und Slaughter auch schon zig Jahre über den Zenit hinaus. Das stimmt, das stimmt. Aber hier so als neuer Heel, man brauchte eben einfach einen neuen Heel, der hier einem Hogan zum Fraß vorgeworfen werden konnte und da war ein Slaughter ganz gut. Die beiden trafen dann bei WrestleMania 7 aufeinander und da bin ich mal gespannt, wie ist da eure Meinung zu? Das war ja ein echtes Blutbad zum Ende. David, wie fandst du das Match? Ich fand es echt nicht gut. Ich fand aber auch die ganzen WrestleMania 7 sehr schlecht. Es war eine sehr kleine Crowd. Geplant war eigentlich, das in einem Stadion zu machen, aber die haben nicht genug Tickets verkauft. Dann wurde es in eine kleine Halle verlegt. Und der ganze Event war halt schon schwierig, weil drumherum überall diese amerikanischen Fahnen alles voll und das Match selber. Nee, ging halt nicht. Das war halt echt brutal. Aber Sgt. Slaughter war halt im Match oder im Ring zu der Zeit einfach nicht gut. Hogan auch nicht unbedingt jemand, der halt einen richtig durchziehen kann. Ich kann mir das zum Beispiel nicht so oft angucken. Aber um das kurz zu widersprechen, es gab bei WrestleMania 7 natürlich auch Warrior gegen Savage und das war ein fantastisches Match. Also für mich das beste Warrior-Match überhaupt. Aber nur ein gutes Match auf der Card. Nee, WrestleMania 7 war vor allem die Card mit unfassbar vielen Matches. Obwohl die Card, der Event gar nicht so mega lang war. Es waren 13, 14 Matches auf der Card. Und keine drei Stunden, wenn man sich das heute noch anschaut. Genau. Und wir haben dann auch einfach mal so Squash-Matches dazwischen. Also der Mountie besiegt Tito Santana irgendwie in einer Minute oder so. Es gab das legendäre Blindfold-Match zwischen Jake Roberts und Rick Mattel. Also, wie kannst du über diese Card schimpfen? Ich weiß auch nicht genau, wie sowas passieren konnte. Ja, Ende vom Lied war auf jeden Fall, dass Hogan nach WrestleMania 7 wieder Champion gewesen ist und natürlich dem bösen Iraqi hier die Welt abgenommen hat. Wobei, sorry, er war ja nicht mehr Iraqi, sondern die Storyline wurde ja kurz vorher auch fallen gelassen, weil das einfach auch zu vielen Tumulten geführt hat. Slaughter hatte ja Morddrohungen bekommen und ist auch wirklich nur noch mit Schutzweste angetreten. Das war wirklich so, dass man das auch hat fallen lassen, dann die Irak-Geschichte. Und er war dann nur noch der Böse, der sich gegen Amerika gestellt hat. Na gut, der Verräter halt dann eben. Der Verräter. Aber Hogan war jetzt Champion. Aber wie du jetzt wahrscheinlich gleich sagen wolltest, kam ja auch ein anderer World Champion noch zur WWE. Und das führte auch mehr oder weniger am Ende zu Hogan's Titelverlust. Genau. Wir haben natürlich dann den echten World Heavyweight Champion dann gehabt mit einem guten Ric Flair, der natürlich da rübergekommen ist. Er hat natürlich dann auch Hogan gleich herausgefordert. Damals ja auch noch mit dem großen goldenen Belt hier, mit dem NWA World Heavyweight Championship mit dabei. Aber bei der Survivor Series gab es ja dann nicht das Aufeinandertreffen zwischen Hogan und Flair, sondern es gab ja erstmal Hogan gegen Undertaker. Und da hat ja eben dann ein Ric Flair eingegriffen und hat dann dafür gesorgt, dass Hogan hier verliert. Und hat unter anderem einen Stuhl in den Ring geschoben, wo drauf Hogan dann den Tombstone Piledriver kassiert hat. Und da war der Undertaker erstmal Champion. Er hat gleich nach kurzer Zeit, also nach einem Jahr, der Undertaker ist ja bei der Survivor Series 90 debütiert. 1991 hat er hier den Titel gewonnen, hat relativ kurz nach seinem Debüt also für damalige Verhältnisse das Gold hier gewonnen. Sechs Tage später sollte es aber wieder los sein, weil da gab es Tuesday in Texas, da gab es das Rematch. Es gab erneut Eingriff von Flair. Gab es nicht einen Pulverwurf oder sonst irgendwas? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall. Ich glaube, es war Asche. Oder Asche, genau. Es war Asche. Auf jeden Fall wurde der Titel danach vakantiert. Und dann gab es den Rumble 92 und Shaggy, da haben wir ja ein wunderschönes Watch-Along drüber gemacht. Hört euch das an, wenn ihr noch nicht Patreon-Abonnent seid oder Unterstützer oder auch auf Steady, müsstet ihr das werden, weil das hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben den World Rumble 92 nochmal mit einem alternativen Audiokommentar versehen, Olaf und dich. Und das war eine Heidenfreude. Und da ist nämlich auch mein Wrestler überhaupt damals, der auch hier mitverantwortlich war übrigens, dass der Titel vakantiert wurde, später Hogan zu Hilfe gekommen ist. Tito Santana. Tito Santana. Duce and Domino. Nein, es war Sid Justice. Also Sid Vicious später, der größte oder Psycho-Sid. Der Psycho-Sid, den ich wirklich geliebt habe zu dem Zeitpunkt. Der ist gekommen und der war ja auch entscheidend, dass Hogan am Ende nicht gewonnen hat. Die haben sich gestritten. Am Ende Flair ging als Sieger hervor. Aber führte dann auch zu bestimmten Matches bei WrestleMania. Zu dem fantastischen One-In von Papa Shango, der blitzschnell. Aber ich will nicht alles vorwegnehmen, sorry. Und ein Ultimate Warrior, der nicht aussah wie ein Ultimate Warrior. Genau. Aber Papa Shango, der zum Ring geeilt ist, wie Flash. Also das ist fantastisch. Einsatz total vergefasst. Ja, da war ja alles verkehrt dran. Der Rumble 92 ist großartig. WrestleMania 8 haben wir, glaube ich, wir alle auch noch in schöner Erinnerung, weil da natürlich das Ding live lief damals auf Tele 5. Das konnte sich ja jeder anschauen. Das war was ganz Besonderes, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Mit einem fantastischen Match? Ja, mit mehreren fantastischen Matches. Also Main Event war halt kacke. Aber wir hatten Bret Hart gegen Roddy Piper zum Beispiel. Ich wollte gerade sagen, das war das Match schlicht hin. Das war, boah. Generell, generell denkwürdig, oder, WrestleMania 8? Also ich, ganz komisch, wenn wir, sagt man, ein Match von WrestleMania 13 fallen mir vielleicht zwei ein oder so. Aber wenn ich an WrestleMania 8 denke, da kann ich, also ich, da kann ich, sage ich hier Own Heart gegen Skinner oder so. Und wir erinnern nicht alle noch den Ton des Schlages oder all so Sachen. Also wir erinnern uns an alles. Und das Stadion. Das Stadion, fantastisch. Der Hoosier-Dome von Indianapolis. Ja, das sah richtig cool aus. Ja. Das war fantastisch. Das Ende muss man eigentlich gesehen haben. Es gab ein, ja, ein, ein vollkommen gebotschtes Finish mit Eingriff von Papa Shango und am Ende mit Harvey Whippleman, weil Sid sollte ja eigentlich hier verlieren, ganz klar. Wurde aber, ja, wenige Tage drauf gefeuert. Dann hatte sich Sid dann überlegt, Mensch, eigentlich ist es doch scheißegal, wenn ich eh gefeuert werde, kann ich hier auch mal aus dem Legdrop auskicken. Und dann hat Harvey Whippleman eingegriffen, um hier das Match wenigstens noch irgendwie zu beenden. Deswegen kam Papa Shango für seinen Run-In zu spät und musste der Warrior losrennen und war dummerweise auch noch Tage vorher beim Friseur. War eine super Idee. Und hat sich einen modischen Bob schneiden lassen. Naja. Generell, das war ja die Zeit damals, das wieder eine ernstere Geschichte, wo es ja den großen Steroidskandal gegeben hat mit George, mein Gott, mit Dr. George Sahorian, der damals ja so ein bisschen der, wie soll man sagen, der Dealer ihres Vertrauens sein sollte und auch gerade einem guten Hulk Hogan wohl diverse Male, ja, Mittelchen verabreicht haben soll. Und das war eben eine Sache, die ja sowohl das Wrestling als auch einen Hulk Hogan damals sehr stark betroffen hat, muss man so ausdrücken. Hulk Hogan sollte ja später dann sogar gegen einen Vince McMahon aussagen und hier als Kronzeuge quasi fungieren. Also das war schon, ja. Kann man das eigentlich nicht kurz zusammenfassen, dass jeder sich so selber die Meinung bilden kann, ob Hogan was nahm oder nicht, wenn man einfach anguckt, wie er anschließend aussah. Ja. Weil der hat sich optisch, komischerweise nach diesem Zwischenfall dermaßen verändert. Das Gesicht wurde halb so schmal wie vorher. Auch die Struktur viel athletischer definierter. Er hatte dann auch im Übrigen Sunday in Paradise angefangen zu drehen, glaube ich, oder? Ja, es kam glaube ich später, oder? War das nicht 94? Es kam ein bisschen später. Ich glaube, es war ein bisschen später. Nein, aber er hat Mr. Babysitter gedreht. Okay. Du machst es nicht besser. Nein, aber er hatte ja auch andere Projekte, einfach genau wie Ritter aus dem All. Aber er hat sich halt körperlich extrem geändert. Und als er halt dann sein großes Comeback feierte mit seinem besten Freund Boothys Beefcake mit der tollen Hose gegen Money Inc. bei WrestleMania 9. Das war halt anfangs wirklich, zumindest für mich, echt schwierig zu sagen, ja, das ist Hulk Hogan, weil er sah einfach ganz anders aus von der Statur her und auch vom Gesicht. Aber es ging ja einigen Wrestlern so, die da zurückkamen, irgendwie, die dann wirklich nicht mehr, also entweder waren die ganzen muskulösen erstmal komplett weg oder sie kamen wirklich weniger muskulös zurück. Immer noch sehr, ja gut bei Schuss, aber nicht mehr so diese Powerhouses, die sie vorher waren. Hogan ganz besonders. Und man hat Hogan dann auch wieder zurückgebracht, ist trotzdem zurückgekommen, wie du es gesagt ist, an der Seite von Beefcake gegen Money Inc. Der hat seinen ehemaligen Freund Boothys Beefcake unterstützt und bekam auch Unterstützung von Jimmy Hart, der ja, wie ich vorhin auch schon mal gesagt habe, ein enger Freund, einer der engsten Freunde von Hulk Hogan schon immer war und eigentlich ja immer ein böser Manager war und da erstmalig auch auf die Seite der Guten gewechselt ist. Und man dachte, Hogan, also sie bekam ja sogar den Beinamen, die Mega Maniacs, um nochmal so den Kreisschluss zu machen. Und ja, nicht im Main Event von WrestleMania 9, das war schon überrascht, wenn Hogan zurück ist, steht er nicht im Main Event, dachte man zumindest. Ja, und dann ohne Scheiß war doch der Moment, wo einfach Hogan bei mir erstmal gestorben war. Wollte ich nicht? Doch. Ja. Weil es gab halt Yokozuna gegen Boothard, was eigentlich echt kurz war, aber in der Kürze war es richtig gut. Ja. Und Yokozuna fertigt halt Boothard ab mit dem Salzwurf ins Gesicht und natürlich kommt Hulk Hogan raus, der keinerlei Beziehung zu Boothard hat. Und Boothard muss natürlich deuten, ey, mach du es, mach du es, weil er wird halt herausgefordert, ja, kämpf doch mal. Und ein Champion, der vor allem ein sehr starker Champion war und ewig brauchte und trotzdem gescheitert ist, war kein Vergleich zum super Incredible Hulk Hogan, der in den Ring kam und einfach mal binnen fünf Sekunden gefühlt den Champion abfertigte mit seinen eigenen Waffen, Leg Drop, bumm, pinnt. Und WrestleMania endet so, wie WrestleMania enden muss, wenn Hulk Hogan dabei ist. Ich höre da einen bitteren kleinen David raus. Ja, das war furchtbar. Entschuldigung, das war so ein Tritt in die Nüsse von jedem Wester, der sich davor den Hintern aufgerissen hat für einen Boothard, der ein richtig guter Champion und ein Champion-Anwärter war. Und einfach, es wurde einfach lächerlich durchgestellt und selbst als nicht-wissender Kiddie wusstest du, irgendwas fühlt sich total falsch und nicht richtig an. Ja, es hat sich nicht richtig angefühlt und der Tritt in die Nüsse, den du beschrieben hast, das war ein Tritt, aber zum Glück war der Tritt nicht so intensiv, wie man ja in den Wochen danach dann gemerkt hat, weil Hogan relativ schnell den Gürtel wieder verloren hat und aber auch seine Anstellung bei der WWE verloren hatte quasi. Die Art und Weise war aber noch schlimmer, das Match. Das war das Match bei King of the Wing, wo um den Ring komischerweise zigtausend Millionen japanische Fotografen, Anführungszeichen, waren, die so penetrant ein ganzes Auge stachen, dass man sich gar nicht aufs Match konzentrieren konnte und irgendwann ist halt ein Fotograf hoch, hat quasi geblitzt, dabei gab es eine kleine, Anführungszeichen, Explosion, die Hogan blendete, dadurch hat er verloren, er konnte natürlich wieder nicht clean verlieren, nein, musste auf die kurioseste Art und Weise sein, oh, furchtbar, also der Zeitraum, das war echt, boah. Genau, Hogan war damals dann ja auch schon nur noch relativ selten zugegen, wie gesagt, er hatte auch schon Filmprojekte, Serienprojekte nebenbei gehabt und im Endeffekt hat er dann 93 sind wir jetzt ja inzwischen, hat er einfach seinen Vertrag ausgesessen und hat da nicht mehr viel gemacht. Die beiden haben noch hier und da bei Hausshows gegeneinander gekämpft, also Hogan und Yoko Zuna. Das war's aber dann eben auch und man muss dazu sagen, also Hogan hat quasi, wenn wir jetzt gerade nochmal zu WrestleMania ganz kurz gehen, Hogan hat die ersten, hat von acht WrestleManias, also bis WrestleMania 8, hat er sieben geheadlined offiziell, bei neun nehmen wir jetzt mal so ein bisschen raus, weil da war er ja offiziell nicht Headliner, sondern ist ja eher da, ne, spontan irgendwie reingerutscht, aber man hat eben da schon gemerkt, dass sich die WWF verändert hat und Hogan, der eben trotzdem noch seinen Einfluss hat Geld machen, dass er da, er wollte an dieser Position festhalten, das hat aber eben nicht wirklich mehr funktioniert, auch die Fans haben nicht mehr so positiv auf ihn reagiert, wie das ursprünglich geplant gewesen ist und wir haben es gerade richtig gesagt, also beim King of the Ring, da war es dann, da war es dann eben vorbei. Hogan hat seinen Vertrag ausgesessen, hat zwischendurch nochmal bei New Japan gekämpft, auch unter anderem gegen den Great Muta zum Beispiel, was damals auch schon ein Dream-Match gewesen ist, gegen Tatsumi Fujinami beispielsweise auch, das konnte man alles so machen. Ja, aber auch mit Muta, was übrigens auch ein sehr cooles Match gegen die Hellwaisers, ich habe ja glaube ich im World Warriors-Podcast mal angesprochen, Hellwaisers, damals Animal und Sasaki quasi, auch ein cooles Match, da hat Hogan auch nochmal ein bisschen mehr gezeigt, als bei seinen letzten Kämpfen bei der WWF. Ja, genau das, und wenn wir jetzt weitermachen, dann sind wir ja schon im Jahr 94 und da ging es ja dann ab zur WCW und da möchte ich gerne... Halt! Das stimmt nämlich nicht ganz, weil es war halt vorher, war eigentlich noch wichtiger, dass er Sundar in Paradise angefangen hat zu drehen. Okay. Weil das war, nee, es war kurz vorher und das war in Amerika wirklich ein richtiger Hit, kam dann auch nach Europa, war da auch nicht und Hogan war halt medial wieder on top und genau in dem Moment, wo Hogan wirklich richtig heiß war, holt die WCW ihn. Und ich denke mal schon, das ist ein wichtiger Punkt dabei. Ja, ich kann das so, ich kann das so schwer einschätzen, also die Serie hat quasi im Frühling 94 wurde die ausgestrahlt, also ich weiß nicht, ob die so ein Riesenhit war, es gab nur eine Staffel. Die war durchaus erfolgreich. Okay. Egal. Auf jeden Fall lief halt eben von März bis November seiner Zeit, aber du hast natürlich vollkommen recht, also sein Debüt bei der WCW fiel natürlich da rein. Wie habt ihr denn damals das Debüt wahrgenommen, weil da hat natürlich auch die WCW mit den Disney Studios da die schwersten Geschütze aufgefahren, inklusive dieser Parade, die ein Hogan da bei der Ankunft bekommen hat. Also, Shaggy, weißt du das noch, wie das damals gewesen ist? Ja, ich habe das sehr miterlebt, aber die WCW wurde damals ja auch groß, dann in Deutschland auch. Ich war ja ein großer Fan der WCW, ich habe jetzt schon, das war quasi die Liga, mit der ich eigentlich angefangen habe, damals mit Catch-Up und so weiter. Und ich mochte das immer, dass es ein bisschen anders war, dass es nicht die große Show war. Klar, hatte man in den ein, zwei Jahren davor so ein bisschen Leerläufe, das war dann nicht immer spannend zu verfolgen, aber nachdem Hogan quasi da debütiert ist mit dieser komischen Parade von Hogan als wirklich, hat da größeren Star dargestellt als alle anderen Stars, die man vorher hatte, zusammen. Und ein Sting, dann dadurch auch ein großer Star, vorher war in die zweite Garde gerutscht, das habe ich nicht befürwortet. Da habe ich angefangen, Hogan wirklich ja nicht mehr nur als mir egal anzusehen, sondern ich habe eine Antipathie entwickelt damals gegen Hogan, weil er wirklich die komplette WCW einfach verändert hat. Also das war nicht mehr so wie vorher. Ja. Und das fühlte sich auch ziemlich komisch an, er ist ja, glaube ich, das war Disneyland, ne? Oder war Disney World? Äh, äh, Disney ist MGM Studios, ja. Ja, und da ist er dann durchgefahren mit zwischen Leuten, die halt Mickey Mouse T-Shirts trugen, nicht unbedingt Wrestling-Fans sind und in diesen Cabrio. Und das war für mich alles irgendwie so übertrieben viel und zeitgleich halt auch außerhalb von WWF, dass sich das halt nicht wie der Hogan anfühlt, an den ich mich erinnerte. Und ich gebe halt zu, selbst zu der Zeit war Hogan für mich immer noch ein bisschen der von WrestleMania 6, 7, 8, so den Dreh rum. Äh, das war komisch. Und in der Anfangszeit hatte er ja auch Probleme bei der WCW, ähm, mit der Crowd richtig zu connecten. Das stimmt. Für mich wirkte das alles zu, äh, zu stark probiert, so. Also es wirkte irgendwie nicht, nicht, äh, nicht authentisch auf mich, sondern wirklich sowieso, ihr müsst, da ist jetzt der neue große Star. Vergesst eure alten Stars, die wir gehabt haben. Sei es jetzt irgendwie einen, äh, einen Sting, von mir ist auch ein Flair oder ein Vader oder was auch immer, sondern wie Shaggy gerade schon gesagt hat, auf einmal war ein Hogan da und plötzlich war alles anders. Und das war auch was, was mich damals, äh, extrem gestört hat, weil ich mochte das alte WCW-Produkt, was davor, äh, stattgefunden hat. Da waren viele Sachen dabei, die natürlich ein bisschen klamaukig waren, aber da war auch vieles dabei, was richtig Spaß gemacht hat. Ähm, und mit Hogan, äh, kam ja da wirklich ein ganz anderer Wind rein. Und Hogan war ja dann auch wirklich kaum da, dass, da bekamen wir dann das Dream-Match, was ja eigentlich auch für WrestleMania 8 geplant gewesen ist. Ähm, Hogan gegen Ric Flair, da auch mit, äh, Mr. T unter anderem mit dabei und, äh, war nicht auch, nee, Shaquille O'Neal war, glaube ich, damals noch mit dabei. Ähm, ja, das war ein gutes Match beim Bash at the Beach damals, aber, ja, schwierige Kiste trotzdem, Hogan fehlt weiter gegen, gegen Ric Flair dann, äh, danach. Äh, es gab Steel Cage-Matches, ähm, dann eben mit Mr. T als Special Referee, Hogan gewinnt. Und Hogan wirkte hier extrem dominant, hatte aber dann, und da muss ich wieder zu Shaggy kommen hier, hatte dann aber auch, ähm, eine neue Bedrohung. Ich wusste es. Die Three Faces of Fear, Shaggy. Ach, die Three Faces of Fear, ich dachte, du willst jetzt schon komplett zum Dungeon of Doom übergehen. Nee, da sind wir noch nicht. Wir sind erst mal bei einem viel, viel bedrohlicheren Stable und das waren die Three Faces of Fear. Da ist nämlich der gute, gutes Beefcake geturnt. Genau, das ist ja quasi aber auch so die, das, ja, das ist ja das Grundstable, zu dem es dann auch letzten Endes dann zum Dungeon of Doom kamen. Ein, 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 ein Pool des Beefcakes ist geturnt an die Seite von Kevin Sullivan, dessen Aufgabe es damals war, Hogan, den Mythos Hogan zu zerstören. Und man hatte noch jemanden mitgebracht und zwar den, ja, den Original Avalanche quasi, den, die, die Lawine und zwar niemand geringeres als den alten Gegner, den man auch schon kannte, den Earthquake, der wurde, war jetzt Avalanche und die drei waren, ja, die, die Three Faces of Fear, den, das Hauptaugenmerk war es einfach, Hogan zu zerstören. Und das war ja im Grunde auch das Gleiche des Dungeon of Dooms dann später, der ja kurz daraus entstanden ist, wie gesagt. Im Grunde genommen fing es ja da an, dass die WCW sich eher anfühlte wie die Rest der Rampe von WWF. Ja, natürlich. Ganz genau, das war es ja im Endeffekt auch. Ich weiß, dass ich damals den Butcher irgendwie ganz, ganz witzig fand. Er hat sich ja da so demaskiert. Das war doch voll, das war voll diese Geschichte, wo immer irgendjemand Tonja Harding, Tonja Harding mäßig, Hogan von hinten in die Kniekehle geschlagen hat mit einer Eisenstange und irgendwann hat er dann denjenigen demaskiert und das war natürlich dann Brutus Beefcake. Ah ja, aber es war halt eben dann wirklich die Rest der Rampe, ne? Und dann auch die Fede danach gegen Vader, die es dann eben anschließend gab. Da ist das Beste immer noch dieses Match bei, also bei Uncensored gibt es ja so ein Leatherstrap-Match, das ist schon nicht besonders geil. Das Beste ist aber wirklich noch dieses Ding, dieses Cage-Match bei Bash at the Beach, wo du einfach siehst, dass die beiden bei 40 Grad im Schatten, das war diese Draußenveranstaltung, wo die damals auch noch diese Baywatch-Kooperation gehabt haben, bei 40 Grad den Cage-Match bestreiten müssen und einfach beide nach drei Minuten komplett durch sind. Fantastisch. Also passt auch das Poster zu. Aber das war richtig geil. Aber danach kommen die Three-Face-Match, ich glaube, wir müssen mal den Bash at the Beach hier besprechen, der war richtig gut. Also da gab es Kamala gegen Jim Duggan, sehe ich gerade. Ja, fantastisch. Fantastisch. Besser kann es gar nicht sein. Sting gegen Meng. Meng aber auch ein sehr unterschätzter Wrestler, das muss ich mal sagen. Aber fantastisch. Also wir reden von Bash at the Beach 95, gell? Das war ja, da gab es ja noch die Überraschung, die Ultimate Surprise, gab es ja auch noch. Das gab es auch noch in der FDR. Der kämpft damals gegen Paul Orndorff übrigens. Genau. Das war ja Renegade, das ist quasi die Kopie des Warriors. Nur und schlecht. Ja. Leider ein sehr trauriges Ende auch genommen, aber das war auch ein grottiger Event. Also wenn ich mir das auch hier angucke, DDP gegen Dave Sullivan. Ganz großartig. Und ein Dark Match World Warrior Hawk gegen Mark Stark. Was? Das ist okay. Ja, also ganz, ganz großes Ding. Ich finde es auch schön, dass die hier bei Wikipedia, bei dem Eintrag, Ort, wo es stattgefunden hat, The Beach. Ja, das stimmt ja auch. Naja, danach kam der Dungeon of Doomshakey. Es wurde nur noch besser. Ein Höhepunkt jagte den nächsten. Ja, die Three Faces of Vier nicht ausgereicht haben, Hogen zu besiegen. Da muss man noch eine größere Kopierung nochmal. Ja, und man hat ja schon zwei. Man gibt denen einfach andere Namen aus. Ja, dem Butcher wurde der Zodiac. Und aus Avalanche wurde dann The Shark quasi. Und man hat noch andere illustriere Gestalten an die Seite gesetzt. Ein Kamala kam zurück, ein Mengen, den man ja auch schon unter Vertrag hatte, war. Und natürlich dann auch noch die Giganten wie den Giant natürlich und später noch den Yeti. Und da kam, da schließt sich erneut ein Kreis, da schließt sich erneut ein Kreis. Ich muss nochmal sagen, wir haben ja vorhin schon mal den Berg Hogens angesprochen. Aber wenn ihr wirklich einen fantastischen Berg sehen wollt, schaut euch den Berg vom Giant und Yeti gegen Hulk Hogen an. Besser geht es nicht. Ein Wrestling-Highlight sondergleichen. Und wisst ihr, wo der Dungeon of Doom herkam? Wo sie immer angekündigt wurden, wo sie herkamen ursprünglich? Sie kamen from the land of Ying and Yang. Das war der Ursprungsort des Dungeon of Dooms. Weißt du, was traurig ist? Nur wenn du erzählst, was da war, geht meine Stimmung gerade vor den Keller ein. War es. Eigentlich ist es lustig. Eigentlich ist es Resting Crap, über den man heute so lachen kann. Wenn man es damals verfolgt hat, war es nicht immer zum Lachen. Ja, vor allem musst du bedenken, du hattest halt so einen großen Namen. Aber irgendwie, ja, es hat nicht bei der WCW so funktioniert wie bei WWF. Und auch durch solche Fädenpartner, die natürlich fantastisch waren, Shaggy, ging das Standing von Hogen doch deutlich immer mehr nach unten. Es war sogar so, dass teilweise ja Hogen sogar ausgebucht wurde. Ja, das ist richtig. Obwohl man es geschafft hat, hier dann auch später bei Fallball, so die großen Wargames, für die die WCW ja stand, das war ja wirklich etwas Fantastisches. Da hat es man geschafft, auf der einen Seite Stars wie Hogen, Savage, Luger und Sting zu bringen. Und die Gegner waren niemand geringeres als Kamala, Zodiac, Shark und Meng. Das war herausragend. Aber ich musste hier noch einmal ganz kurz auf Uncensored damals zu sprechen kommen, weil da gab es das geile Match, also es ist das beste Cage-Match aller Zeiten. Also es wird nicht besser. Es wird nämlich, Shaggy lacht schon, es war nämlich natürlich damals dann die Alliance to End Hulkamania, wo man den Tower of Doom aufgebaut hat, was ein dreileveliger Cage gewesen ist, aus Maschendraht, wo sich dann Hogen und Savage durchprügeln mussten. Und da warteten dann unter anderem die Horsemen, warteten da. Und eigens zu diesem Zweck hat man zwei Wrestler aus Hogens Vergangenheit... Wrestler vor allem, Dankeschön für den Begriff. The Ultimate Solution und Sie Gangster. Und dieses Match, also wenn ihr mal betrunken seid, oder wenn ihr euch betrinken möchtet vielleicht noch, jedes Mal, wenn einer von den Wrestlern versäglich hinfällt, dann guckt euch dieses Match an. Das ist der Hammer, weil dieser Käfig ist so gebaut, dass die nicht auf dem Boden stehen können, weil das Ding so weich ist und dass die da quasi gestolpert sind. Und am Ende gewinnen Hogan und Savage natürlich, weil sie ihre Gegner mit Bratpfannen niederschlagen. Es ist so schön. Ich habe das sehr oft mit dem anderen David geschaut. Das ist herausragend. Echt, vergesst du hast die Mania 6, das ist der geile Scheiß. Das ist ein Match, über das wird viel zu wenig gesprochen, sage ich dir ganz ehrlich. Eben, darüber wird viel zu wenig gesprochen. Aber immerhin Flair und Arn Anderson und Lex Luger auch auf der Gegenseite. Also man darf es nicht vergessen. Sag mal, blöd gefragt, wie wäre es, wenn wir das mal, das mit alternativer Audiospur machen? Das matcht einfach nur. Das wäre fantastisch. Ja, aber auch da mit Alkohol bitte. Aber da, wenn wir gerade auch bei Fall Paul sind, nee bei Uncensored, sorry, Uncensored 96, da, also du machst dich ja immer über mich lustig, wenn du sagst, ich war mal Pudu Spivkeg-Fan. Aber da trat Pudu Spivkeg ja in der Zeit als der Bootyman an. Und? Und schlimmer geht's nicht mehr. Ach, das war schön. Nee, und da hat man dann auch langsam auch als Fan die Schnauze voll gehabt. Das muss man mal ganz klar irgendwo sagen. Da war's dann irgendwann vorbei. Es gab ja auch noch diese Geschichte, ich weiß gar nicht, Schenke, ich war jetzt gerade so fokussiert auf den Tower of Doom. Hast du die Sache mit dem Giant schon erwähnt, mit den Monster Trucks? Ja, stimmt, es gab noch das Monster Truck Match, wo es oben auf, ja, war das ein Hochhaus, gell? Da gab's ja noch, da. Genau. Das war auf der Halle, auf der Halle oben. Genau, auf der Halle oben. Es war aber, die war sehr hoch, sehr hoch. Und da gab's ja wirklich ein Monster Truck-Duell zwischen, warum auch immer, zwischen Hogan und dem Giant, die in Monster Trucks gegeneinander angetreten sind. Ich weiß nicht mehr, wie die Regeln waren. Letzten Endes sind die dann auch ausgestiegen, haben sich geprawlt und ein Giant ist leider vom Kiff, also vom Dach der Halle runtergefallen. Ich hab's damals geglaubt auch noch übrigens. Ich hab vor dem Fernseher gesessen und ich hab das als, Gott, da war ich auch schon 15, ey. Du warst wahrscheinlich auch betrunken. Nee, war ich nicht. Ich hab bis irgendwie 18 oder 19 keinen Alkohol getrunken. Was? Das find ich ja noch skurriler als das alles, was wir gerade in den letzten 20 Minuten besprochen haben. Egal, aber lass mal ganz kurz, lass uns wieder zu Hogan zurückkommen, weil Hogan letzten Endes, ja, trotz allem, nach all dem, David hat's gesagt, es gab viele Buchrufe. Man wollte, war Hogan wirklich überdrüssig, nach allem, was man jetzt hier gesehen hat. Das war ja wirklich eine Farce. Also muss man's ja sagen, zumindest aus heutiger Sicht betrachtet. Hat Hogan tatsächlich erst mal wieder eine Auszeit genommen, aber als er dann wieder zurückkam, also das war für mich Hogens größte Zeit. Das stimmt, aber man muss dazu sagen, dass er in dieser Fede mit Dungeon of Doom auch seine Farben gewechselt hat. Also er ist dann nicht mehr in Rot-Gelb aufgetreten, sondern dann eben auch in Schwarz und ihm wurde der Schnurrbart abrasiert. Das ist auch noch so, auch das noch. Aber du hast vollkommen recht. Auf jeden Fall, dann hat er eine Auszeit genommen und man hatte ihn dann eine längere Zeit nicht gesehen. Und dann bist du ein wirklich legendärer Ereignis. Das war natürlich dann der Bash at the Beach 96. Das hatten wir auch schon mal im Match of the Week natürlich, wo dann die NWO gegründet worden ist. Und das kennt, glaube ich, jeder. Hogan, äh, Quatsch, Hogan. Hall hat natürlich damals das Debüt bei Nitro gehabt. Es gab dann Kevin Nash, der mit dazu gekommen ist. Und sie haben eben immer gesagt, so, ja, wir brauchen keinen dritten Partner. Gibt's einen, weiß man nicht. Das hat man damals hervorragend aufgebaut, bis dann eben beim Bash at the Beach diese Invasion quasi, die man damals ja angedeutet hat, perfekt gewesen ist. Und man hat, äh, Hogan zurückgebracht. Ähm, und Hogan turnt gegen die WCW mit dem Leg Drop gegen seinen alten Kameraden, gegen Randy Savage hier. Ähm, die NWO wurde gegründet. Unfassbar viel Müll flog in den Ring. Es gab, ähm, ja, die Proklamation der NWO, die New World Order of Wrestling wurde gegründet. New World Organization of Wrestling. Organization of Wrestling, das ist echt. Also, beim Bash at the Beach war's zumindest noch so. Genau. Und, aber das war damals dann auch, da war plötzlich Hogan wieder cool, oder, David? Äh, nein, er war noch nicht cool. Aber er hat halt Reaktionen gezogen wie sonst was. Also, man muss halt schon bedenken, er, anfangs wurde er ja, äh, ausgeboot. Und das gravierend. Aber, äh, er wurde halt der heiße Scheiß. Es gab den Turn, von dem halt keiner mehr dachte, dass er jemals kommen würde. Und, ähm, dann, dieses Coole, das kam nach und nach. Das kam mit den Promos. Das kam vor allen Dingen dadurch, dass man halt die Gegner im Grunde genommen, ähm, nicht nur dominiert hat, sondern halt auch, äh, lächerlich gemacht hat, äh, die Dominanz ausgestrahlt hat. Äh, es, ich bin da bei Shaggy. Es war so die coolste Zeit für Hogan. Allerdings war, äh, das erste Jahr für mich halt schon ein Weg mit dem Zaunfall. Das, ich mochte die NWO, nur ich hatte ein Problem mit Hogan. Und das lag einfach daran, dass er nicht nur schnell den Titel gewann, sondern im Laufe danach einfach immer gegen, ja, seine alten Kontrahenten aus WWF gekämpft hat. Ja. Das fand ich echt schwierig. Das war ja generell ein Problem der WCW damals, dass man ja eigentlich so immer die gleichen Leute da gehabt hat. Das war ja, äh, eine Schwierigkeit, die man da, äh, gehabt hat. Hogan gewann, äh, seinen dann zweiten WCW World Heavyweight Championship, weil damals, äh, diese, diese Geschichte mit dem Giant ist jetzt dann vakantiert worden. Später hat Savage das Ding gewonnen bei, äh, irgendeinem World War III. Ähm, hier hat er auf jeden Fall das zweite, äh, mal das Gold gewonnen, bei Hawk White gegen den Giant, der damals tatsächlich auch Aktionen von dem guten Hogan porträtiert hat in diesem Match. Ähm, Hogan konnte das Ding gewinnen, hat dann, ähm, auch das NWO auf den, äh, Belt geschrieben und hat, meine ich auch, wenn ich mich nicht komplett täusche, damals den, äh, guten British Beefcake, der schon wieder mal dabei gewesen ist, aber einfach nur so, weil er halt Freund ist und ist dann niedergeschlagen worden. Ähm, ja, äh, so, so, so war das eben damals. Und trotzdem fand ich diese Metamorphose, die es dann für einen Hulk Hogan gegeben hat, fand ich durchaus interessant. Dieser Hollywood-Hogan-Charakter, dieser ruchlose Charakter, der war natürlich wrestlerisch noch immer nicht richtig geil. Und der schwarze Bart. Und der schwarze Bart, genau. Also, er hat ja auch sein Outfit einfach komplett geändert und er war zum ersten Mal seit, äh, wahrscheinlich 20 Jahren, ich hab jetzt keine genaue Zahl, ähm, im Kopf, aber er war, seit 15 Jahren war er plötzlich wieder hier und das hatte niemand erwartet. Und hier in der Konstellation hat man dann eben, ähm, ähm, ja, mit Hogan einfach ganz knallhart das Super-Heal-Programm, äh, durchgezogen. Also, er hat natürlich dann die Fäde mit Lex Luger gehabt, hat ja zwischenzeitlich auch mal den Titel sogar mal verloren, hat ihn dann aber gleich ein paar Tage später, äh, wiedergewonnen. Ähm, so richtig übel aufgestoßen ist Miren Hogan bei der WCW dann aller spätestens bei, äh, Starcade 97, was wir damals gehabt haben, größter Event der WCW-Geschichte gegen Sting, was es damals gab, diese groß aufgebaute Sting-Geschichte. Was auch ewig lang aufgebaut wurde, ja, ja. Genau, eben. Das ist ja fantastisch, dass er... Aber ganz kurz, bevor ihr darüber meckern dürft, möchte ich sagen, dass man zum Hogan-Turn ja auch was Besonderes gemacht hat, das gar nicht jetzt angesprochen war. Ihr habt ja Theme, ähm, Real American, aber auch dieses andere amerikanische Theme, was er hatte bei der, waren ja sehr patriotisch. Er hat hier, wir haben, mit sehr viel Geld hat man hier einen Jimi Hendrix-Song eingekauft, der ist absolut, da Hogens, ja, Entrance-Theme wurde. Das ist schon was Besonderes. Das war ein großer Hit. Also, das war ein bekanntes Song, den man für Hogan als Entrance-Musik benutzt hatte. Und er spielte auch immer die Luftgitarre, wenn er reinkam. Ja. Nee, ist ja so. Das gehörte dazu. Absolut. Aber ja, zu Entrance doch mal über Starcade, los. Ja, David, ich wollte dich ja gerade fragen. Übrigens, das Theme von Jimi Hendrix ist All Along the Watchtower, bevor wir es hier vergessen. Ähm, ja, bei Starcade ist, Sting war halt, die Storyline ist umgenommen das, was sich jeder Westing-Fan wünscht, eine richtig lange Storyline, keine Konfrontation. Und das war halt die Zeit, wo, äh, Sting halt dieses andere Gimmick bekam, dieses Crow-Gimmick. Äh, er war immer wieder am Hallendach, er war halt die große Bedrohung für die NWO, obwohl er sich halt eigentlich, äh, nie eingemischt hat, sondern er war halt einfach da. Und, äh, irgendwann kam es halt dazu, dass halt klar wurde, alles klar ist, kommt zur Konfrontation. Sting war der heiße Scheiß, sogar noch heißer als NWO, würde ich behaupten, äh, in dem Moment. Und dann gab es halt dieses Titelmatch, was jeder sehen wollte. Und jeder wollte eigentlich diesen Payoff sehen, dass Sting, der im Grunde genommen die WCW repräsentiert, Hulk Hogan abfertigt. Und es hätte auch gepasst zu seinem coolen Charakter. Das Problem ist dann nur, ein Hulk Hogan kann ungern clean und sauber und deutlich, äh, einen Titel abgeben. Also hat man es hier halt gemacht, dass es eigentlich ein dermaßen Overbooking am Ende war, dass eigentlich, äh, keiner zufrieden war. Also das hat einfach diesen Riesenmoment, den du aufgebaut hast, mehr kannst du nicht zerstören. Ja, ähm, am Ende natürlich vollkommen, äh, ja, in die Binsen gegangen. Einfach dieses Finish mit Brad Hart, der noch eingegriffen hat, quasi in einem Sting, der zuvor mehr oder weniger relativ klar verloren hat. Das Match wurde neu angeläutet, äh, Sting gewinnt das Ding. Ohne Grund. Ja, eben. Also es ist ganz, ganz merkwürdig. Und Hogan damals hat natürlich da auch die kreative Kontrolle gehabt. Das wurde eben auch, äh, immer wieder gesagt, dass, dass er, äh, hier eben eine, ja, eine andere Lösung wollte, nicht die klare Niederlage hier eben einstecken wollte. Das ist was, was sich eben durch das gesamte, äh, WCW-Programm von Hogan durchzieht. Da hat er einfach, ja, sich eigentlich aussuchen können, wann er mal, äh, den Titel verliert und wann er dann eigentlich wieder zurückgewinnt. Das hier hat dem Sting-Charakter extrem geschadet und war für mich auch gleichzeitig Höhepunkt und Niedergang der, äh, der WCW-NWO-Geschichte. Weil man hat diesen großen Payoff hier erwartet als Fan und man hat ihn eigentlich nicht bekommen, sondern, ja, im Endeffekt war man dann wieder da wie vorher. Ähm, und das war, das war echt bitter. Ich hab grad eben noch mal kurz, äh, ganz vergessen zu erwähnen hier, was Hogan damals auch an, an Summen bekommen hat, ne? Also er hat allein für seine Unterschrift damals zwei Millionen Dollar bekommen und hat pro Pay-Per-View-Auftritt mindestens 675.000 Dollar bekommen, ne? Ähm, also das ist schon ordentlich. Plus dreimal im Jahr, äh, gab's dann eben eine Vorauszahlung von 1,35 Millionen Dollar und er kassierte 50% aller Einnahmen, äh, am Merchandise und für die Benutzung seines Namens. Zudem gab's dann eben noch, pro Auftritt gab's noch, äh, Honorare mit dazu, 25.000 und, äh, natürlich, äh, auch ein paar Spesen mit dabei obendrauf. Also es war schon sehr fürstlich, was sich hier ein Hogan seinen, äh, Run hat bezahlen lassen. Ted Turner wollte das damals so, hat hier eben die, äh, große Schmuckschatulle aufgemacht. Und David hat's gerade gesagt, man hat hier auch den Eindruck gehabt, dass man eigentlich immer wieder ähnliche Fäden hatte. Und hier war's ja dann auch so, dass es, es wurden dann, ja, immer mehr alte Namen wieder aufgegriffen. Wir hatten die Fäde mit Randy Savage zum Beispiel, die ich auch, ja, schwierig fand. Das haben Shaggy und ich unter anderem ja auch, äh, besprochen bei Head to Head, bei unserem Format, wo man nicht genau wusste hat, ja, ist ein Savage jetzt auf der einen oder auf der anderen Seite? Ähm, ja, wir haben einen wiederkehrenden, äh, Roddy Piper plötzlich gehabt, der einen Hogan hier herausgefordert hat, was ich absolut absurd zur damaligen Zeit fand, weil ein Roddy Piper für mich da schon, schon lange durch gewesen ist. Schwierig, schwierige Geschichte irgendwo, ähm, diese ganze, diese ganze, äh, WCW-Zeit eines Hulk Hogan, also, wir haben dann später auch diesen Split gehabt von, äh, der NWO natürlich auch, NWO Hollywood, NWO Wolfpack mit Nash und, äh, und Hogan als, äh, als Anführer. Ich glaube, den einzigen, den wir hier wirklich als vielleicht positives Beispiel, äh, aufführen können, wo Hogan wirklich dann mal seinen Job gemacht hat, ist vielleicht Goldberg, oder Shaggy? Ja, kommt schon selten vor, dass wir Goldberg als positives Beispiel bezeichnen irgendwie, aber das ist schon so richtig, man hat, äh, bevor ich jetzt Goldberg komme, ganz kurz ausholen, weil man hat, in der Zeit gab es auch nochmal Mainstream-Geschichten mit dem Karl Malone, dem Basketballer, ähm, und auch die Geschichte mit Jay Leno nicht zu vergessen und sowas, das, das war ja auch noch alles, alles in der Zeit, und in Goldberg parallel wurde sehr gut aufgebaut, damals in der, in der WCW, viele sagen ja, ne, ja, wahrscheinlich vielleicht mit Diamond, Dennis Page zusammen, der einzige wirkliche Star, den die WCW in der Zeit wirklich aufgebaut hat und das kulminierte dann in dem großen Match mit der wahnsinnigen Einschaltquote bei Nigel zwischen, zwischen Goldberg und, und Hogan und da hat sich Hogan tatsächlich am Ende wirklich hingelegt, aber in einer Sache, bevor ihr da weitermachen dürft, muss ich noch ganz kurz was sagen, weil es ist ja so, dass Olaf ein unglaubliches Wrestling-Fachwissen hat und wir uns da auch immer so ein bisschen battlen und da ist es schwierig, da unterliege ich dem lieben Olaf, aber wo ich dem Olaf nie unterliegen bin, ist bei dem Thema Musik, weil der Song von Jimi Hendrix war natürlich nicht All Along the Watchtower, der Bob Dylan Song, sondern es ist Voodoo Child gewesen, Voodoo Child war der Song von Hulk Hogan. Was habe ich denn mit All Along the Watchtower? Ist auch ein Song von Hendrix, aber ein Cover von Bob Dylan, Bob Dylan auch einer größten Musiker aller Zeiten, aber in dem Fall war es Voodoo Child, ist doch auch immer schön, wenn ich gegenüber Olaf auch mal recht habe, ist auch sehr, sehr schön, aber wohingegen Olaf sehr viel recht hat, ist natürlich, dass Hogan hier nicht so schade war, sich gegen Goldberg hinzulegen. Genau. Er musste ja auch im Grunde genommen. Ja. Entschuldigung, also WCW war ja wirklich so, dass du hast ja gemerkt, oh, wir haben ein Problem, weil normalerweise dieses Match hättest du halt auch beim PPB raushauen müssen. Sie haben es wirklich nur für die Waitings gemacht, was halt schon sensationell war und ich glaube, noch mal so was wie halt gegen Sting, ich glaube, da wäre alles noch schneller zusammengebrochen. Das stimmt, ja. Ja, also es musste, es musste natürlich gemacht werden irgendwo, aber auch hier, man hatte eben das Gefühl, dass es eigentlich nur wieder diesem einen Weg dient, dass dann eben in den Goldberg dann am Ende doch irgendwo natürlich hier das Gold wieder abgeben musste. Und wenn man, ja, also es musste hier gemacht werden, das war ja damals bei dieser großen Show in Georgia im Juli 1999, 98, bin mir gar nicht ganz sicher. Ich meine 98, ich meine doch, 98 müsste es gewesen sein. Da war es eben so weit, dass ein Goldberg hier gewinnen konnte. Hogan auf der anderen Seite hat dann ja in der Folge auch nicht wieder nicht clean gewonnen, weil hier wurde er auch abgelenkt, nämlich von jemand geringer als Karl Malone, muss man auch dazu sagen. Und es gab ja dann diese ominöse Fede zwischen Hogan und Dennis Rodman auf der einen Seite und Diamond Dallas Page und Karl Malone auf der anderen Seite, was dann eben beim Bash of the Beach irgendwie zu einem Match geführt hat. Dann gab es noch bei Roadwide, es gab dann generell relativ viele von diesen Promi-Matches eigentlich. Wir hatten dann bei Roadwide gab es das Match mit Hogan und Eric Bischoff auf der einen Seite gegen Diamond Dallas Page und Jay Leno auf der anderen Seite. Naja, schwierig alles so, kann man leider nicht anders sagen. Und dann, Shaggy, ich weiß, da wollten wir eigentlich auch nochmal drüber sprechen, es gab im Jahr 1998 auch noch ein weiteres Comeback bei der WCW, was Hulk Hogan heimgesucht hat. Was war das? Welchem Comeback sprichst du denn? Dem Warrior. Ah! Die tollen Promos aus dem Spiegel. Ja, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Ja, wenn die Kopie nicht ausgereicht hat, dann holte man doch jemand anderen dazu den Namen, wo Alte mit durfte ja nicht mehr den Beinamen tragen. Es gab zu dem Rückmatch der Wrestling-Geschichte. WrestleMania 6 gilt Hogan Warrior eines der größten Match aller Zeiten. Was macht die WCW? Das müssen wir wiederholen. Und ich weiß nicht, ob es besser war, das könnt ihr jetzt gleich nochmal sagen, das Match Nummer 2 der beiden gegeneinander. Die Geschichte generell, der Warrior in der WCW war ein Warrior voller Missverständnisse. Das ging einfach gar nicht. Vor allen Dingen, du musst dir bedenken, es ist ja nicht so, dass es dieses Rückmatch ein, zwei Jahre nach WrestleMania 6 gab, sondern ewig viele Jahre und man kam auf die tolle Idee, dann noch Ultimate Warrior quasi so darzustellen, dass er in den Kopf von Hogan eindringt, dann ist er mal im Spiegel erschienen, mal nicht. Und allein schon die erste Promo von Warrior war halt schrecklich, wenn du halt bedenkst, da ist halt ein alter Mann oder ein bisschen älterer Mann als früher und der redet halt von einer Fede, die so viele Jahre her ist und es hat auch null gezündet. Also es hat einfach beim Publikum sowas von nicht funktioniert und das Match war grausig. Ja, das war ein Botch-Spektakel, Sondergleichen, ganz grauenhaft. Der Warrior hat ja damals auch das Gegenstück zur NWO gegründet, wenn man euch da noch dran erinnert. Das war ja die OWN, die One Warrior Nation mit genau einem Mitglied. Das war Horace Hogan. Nee, es war nicht Horace Hogan. Es waren zwei Mitglieder. Es waren zwei Mitglieder. Es war Disciple. Genau, der Disciple. Der Disciple war niemand anderes als Ed Leslie, Pudence for Barba Beefcake. In dem Match hat doch Hogan sich auch die Augenbrauen fast selber weggeflammt, ne? Ja, das war auch. Mit dem Feuerpapier, was erst nicht funktioniert hat, eigentlich Ultimate Warrior blenden sollte, dann aber im Gesicht von Hogan Feuer gefangen hat. Es war schade. Ja, 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 ja. Ja, das ist alles, also ab da wird es halt wirklich schlimm. Das muss man einfach so sagen. Es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer, weil danach gab es ja tatsächlich so eine Art Kampagne, dass ja Hulk Hogan bald als Präsident der USA irgendwie kandidieren würde und seine professionelle Wrestling-Karriere beenden sollte. Ich sag mal, schlimmer als Donald Trump. Kann Hogan es garantiert nicht machen, aber hier, naja, war es eben ein Publicity-Stunt. Mehr war es nicht. Und im Endeffekt ist Hogan dann am 4. Januar 1999 wieder zurückgekommen, quasi aus dem Retirement, das es damals gegeben hat. Am Vorabend hat Kevin Nash den WCW-Heavyweight-Title von Goldberg damals gewonnen. Wir wissen das. Der Taser von Scott Hall und so. Und hier gab es den berühmten Fingerpoke of Doom. So. Wir kennen die Szene. Hogan und Nash stehen sich gegenüber. Hogan piekt Nash einmal in die Brust. Kevin Nash fällt um, als wäre er von einer Schrotflinte erschossen worden. Und dann waren wir plötzlich wieder bei 0. Und wir haben plötzlich einen Hogan, der Champion ist. Wir haben eine NWO, die sich wieder formiert hat. Und David, wie hast du das damals aufgefasst? Weil bei mir war da der Punkt wirklich vorhanden, dass ich gesagt habe, so jetzt Leute, irgendwo reicht es mir auch. Ich sage es mal so, Hogan hätte auch die Hose runterziehen können, auf den Titel urinieren. Der Titel hätte dann genau denselben Wert gehabt wie nach dieser Aktion. Das war einfach, das Problem ist, ich glaube, die dachten, ja, das kommt cool rüber, weil ja, wir sind ja die coolen Typen. NWO war auch immer eine Gruppierung, die halt andere gemobbt hat. Also eigentlich waren das halt immer die Schläger von der Schule. Und in dem Moment, es war halt nicht lustig. Es hat auch nichts von, wir haben es euch gezeigt gehabt, sondern einfach nur, diesen Titel, der wichtigste Titel, in dem es eigentlich hier in dieser Liga geht, der ist nichts wert. Da ging bei mir so viel kaputt, das konntest du nie wieder reparieren. Ja, es gab im Anschluss natürlich dann die Fede mit den Four Horsemen, haben wir noch gehabt. Auch ein Hogan hat dann eben den Titel letztlich gegen einen Ric Flair in einem Steel Cage First Blood Match, warum auch nicht, bei Uncensored verloren, hat sich dann später verletzt, war dann längere Zeit weg und kam dann aber als guter Junge wieder zurück und ja, sprach dann eine Herausforderung an Randy Savage aus. Naja, und gewann natürlich auch den Titel. Aber hier sehen wir eben schon so das Problem an der WCW zur damaligen Zeit. Es sind immer dieselben Talents, alles dreht sich irgendwo im Kreis und ein Hogan war zu dieser Zeit wirklich einfach mittendrin. Aber war immer noch der schwarz-weiße Hogan, muss man auch dazu sagen. Sondern erst im August 99 hat er dann plötzlich wieder ja, sein Gelb und Rot wieder eingeführt und war damals wieder der ja, American-Made Hulk Hogan, wie es ja damals bei der WCW der Fall gewesen ist. Es gab Retirement Matches, es gab ja, ein paar Verletzungen und so weiter und so fort. Hogan hat damals auch sein Buch veröffentlicht, Hollywood Hulk Hogan natürlich und hat da eben auch ein bisschen ja, Auszeit genommen, wurde dann aber eben auch von einem ja, Vince Russo wieder zurückgeholt und das sollte ja letztlich dann zu einem großen Skandal führen. Könnt ihr euch noch an den Bash at the Beach 2000 erinnern, was ja wirklich dann so, ja, das letzte große Ding vorerst gewesen sein soll, wo eigentlich einen Hogan gegen Jeff Jarrett hätte antreten sollen? Warum fragst du denn sowas? Kann ich nicht. Das ist so eine von den Segmenten, die ich glaube ich mindestens einmal im Jahr auf YouTube und Co. gucke. Ja, findet ihr nicht? Doch, das ist auf jeden Fall etwas, was, also, es hat sich so eingeprägt in unserem Kopf, das ist was Besonderes gewesen, du hast Vince Russo angesprochen, aber wenn David da so ein großer Fan dieses Segments ist oder dieser Geschichte, dann erzähl doch mal ganz kurz David. Ja, es war halt, Jeff Jarrett sollte ja gegen Hulk Hogan antreten, kam zum Ring, alles ganz normal und dann war es im Grunde genommen, könnt ihr euch an die Pressekonferenz von Tic Tac Tour erinnern damals? Natürlich, das ist ein Segment, was ich mich jedes Jahr mindestens einmal auf YouTube anschaue. Ja, und so in etwa war das nur halt im Wrestling, du hast halt vorlaufender Kamera gesehen, wie man sich selber zerstört. Vince Russo kam halt raus, Jeff Jarrett hat sich einfach nur hingelegt, Russo hat halt zu Hogan gesagt, ja komm, pin ihn, du willst doch den Titel haben, na na na. Hogan extrem angepisst, alles klar, pinnt ihn, kriegt den Titel, sagt er noch irgendwas von wegen, wegen so einer Scheiße ist das Business im Arsch, geht aus dem Ring. Promotion im Arsch, deswegen ist diese, ist die Promotion im Arsch, ist die Promotion in so einem schlechten Zustand, wie sie jetzt ist, wegen so einem Bullshit. Genau, und dann halt geht's erst richtig los, also das ist erst der Anfang, sondern dann kommt Vince Russo, der, ja, verbal im Grunde genommen masturbiert von der Kamera und mal alles raushaut, was nur irgendwie geht, also sei es halt gegen Hogan, dass er nie wieder hier antreten soll und nie wieder einen Fuß reinsetzen, Titel egal, Leute wie Chef Sherry, Bukrati und Co., die sind wichtiger, gab's anschließend dann halt noch die Aufeinandersetzung und es war halt wirklich ein, im Grunde genommen Sachen, die halt Backstage passieren sollten, passierten vor der Kamera und Russo ging da halt echt auch, ja, komplett zu weit im Grunde genommen, also es war halt verbal wirklich sehr weit unten und sehr, wie soll man sagen, es war ein Hilferuf, der aber so nach hinten losging, weil du einfach als Zuschauer merkst, okay, eigentlich seid ihr schon klinisch tot. Ja, so ist es dann eben auch gewesen und das sollte auch das letzte Mal sein, dass man hier quasi Hogan bei WCW gesehen hat, also im Anschluss wurde natürlich dann eben ein neues Titelmatch anberaumt, es gab Jeff Sherratt gegen Bukrati, was wir hier eben gehabt haben, wir haben natürlich jetzt auch einiges übersprungen, wir haben jetzt zum Beispiel die geniale Fede zwischen Hulk Hogan und Billy Kidman damals übersprungen. Ja, der Millionärsklub und wie sind die Newblatt, hießen die so? Ja, die Fede der Alten, aber gut, war auch nur kurzweilig, war eine der Geschichten von Russo quasi letzten Endes, wie ist denn eigentlich eure Einstellung dazu? Also es gab ja wirklich die, wirklich die vor Gericht, es ging ja wirklich vor Gericht, Hogan sagte, das war, das, also, war es ein Work, um es jetzt kurz zu fassen oder war es ein Shoot? die Geschichte mit Vince Russo und Hogan. Also vor Gericht hat ja Russo gesagt, es war ein Work und Hogan hat gesagt, es war ein Shoot. Genau, eben, aber was denkt ihr denn? Also ich meine, so wie Hogan damals reagiert hat und klar, kann ich mir nicht vorstellen, ich kenne seine Schauspieler- und Leistung, ich glaube, der war wirklich überrascht. Das glaube ich eben auch. Ja, das war ein Shoot, weil dazu hat man einfach auch zu wenig auf die Mikrofone geachtet oder sonst irgendwas, sondern auch die Reaktion, das ging halt so drüber, das war ja auch so unkoordiniert, du hast ja auch teilweise gemerkt, dass die Regie gar nicht wusste, wie soll ich jetzt welche Kamera nehmen? Ja, jedenfalls war das auch wirklich das Ende von Hogan damals in der WCW und auch die WCW selber hat ja auch danach nicht mehr sehr lange existiert. Hogan hat nochmal eine kleine Aussage nehmen müssen, es gab, glaube ich, nochmal nur, ich glaube, er muss sich nochmal in den Knien operieren lassen, gab einen kurzen Auftritt bei einer kurzlebigen Liga der XWF damals von Jimmy Hart auch, glaube ich, ich glaube, Jimmy Hart war einer, der Betreiber der Liga. Da gab es ein Match gegen Kurt Hennig, Mr. Perfect, aber auch das war jetzt nicht wirklich sowas ganz Besonderes, aber es sollte doch wie der Erwarten dann doch zur Rückkehr kommen von Hulk Hogan zur WWF oder ja, dann zur WWE. Genau, beziehungsweise die ganze NWO wurde ja zur damaligen Zeit zurückgebracht und da waren viele natürlich im Locker Room nicht gerade die größten Freunde von, weil natürlich, man weiß, dass diese drei Herren, Hogan, Nash und Hall, auch einen Locker Room ganz schön ins Chaos stürzen können und ich meine da auch mal gehört zu haben, dass da, ja, man einfach nur hier einen Notnagel gebraucht hat, man hatte nicht so recht Pläne gehabt, was man in diesem Jahr vor WrestleMania 18 machen konnte und dann hat man es eben mit dieser Variante probiert und tatsächlich haben sich wohl die drei auch jetzt relativ verständlich gezeigt, sagen wir es einfach mal so. Vince McMahon hat in den Promos damals natürlich gesagt, er will seine eigene Kreation töten und er wird dies machen mit dem Gift der NWO und danach kamen die guten Jungs hier bei No Way Out, passenderweise, 2002 kamen sie dann eben zum Ring stolziert, schon sehr früh in der Show, ich meine sogar als Opening-Segment quasi und da gab es dann ja diese Fede, zum einen natürlich Hogan gegen The Rock und zum anderen natürlich Steve Austin, der hier ein bisschen außen vor gewesen ist. Also es gab eine Konfrontation zwischen Scott Hall und Kevin Nash und The Rock und später dann eben wurde Steve Austin noch attackiert im Match. Es hat aber natürlich nie dieses Match zwischen Stone Cold Steve Austin und Hulk Hogan gegeben. Die Erklärung dafür war ganz einfach, man hat damals gesagt, wir haben das Gefühl, dass The Rock und Hogan irgendwie besser ziehen könnte und Steve Austin, ja, der blieb dann irgendwie nur ein Scott Hall übrig und da waren beide Parteien nicht besonders glücklich drüber. Trotzdem, das WrestleMania-Match zwischen The Rock und Hulk Hogan ist bis heute legendär und ich weiß, ich meine, David und ich, haben wir nicht mal das Match of the Week darüber gemacht? Ja, haben wir, weil das ist einfach, wenn man Crowd-Reactions sehen möchte, einfach angucken, auch wenn das nicht der Main-Event von der Show war, eigentlich war es der Main-Event, also der gefühlte und das war, eigentlich wäre es der perfekte Abschluss für Hogans Karriere gewesen, weil dieses Match wurde er komplett durchgezogen von The Rock. Du hast halt gesehen, der Mann, er kann einfach körperlich nicht mehr, da ging eigentlich nicht mehr viel, es gab so viel Overselling und ja, ich bin halt ehrlich, WWE und Hulk Hogan ist für mich ein bisschen so wie Beziehungen, wo man, die sich immer trennen, dann wieder zusammenkommen, trennen wieder zusammenkommen und da wäre ein schöner Schlusspunkt gewesen, aber der war halt nicht der Schlusspunkt, sondern es ging ja sogar so weit, dass ja anschließend Hulk Hogan als Rentner ein Triple H besiegte und Champion wurde. Aber dazu, dazu muss ich mal sagen, klar, weit, also über seinen Zinnig hinaus, aber es war ja kurz bevor die WWF dann auch zu WWE wurde, deswegen gilt ja Hogan auch als allerletzter WWF Champion, was ja irgendwie auch passend irgendwie ist, finde ich. Also das, mit dem Augenmerk kann ich irgendwie gut heißen, dass er noch immer den Titel gewonnen hat, weil er wirklich jetzt so der letzte WWF Champion war. Aber ansonsten natürlich, klar, warum gibt man Hogan in der Verfassung in dem Jahr den Titel, klar. Ja, es war vor allem offensichtlich, also, nein, nee, da kann man sagen, so als Respekt und so weiter kann man das verpacken, aber es war halt wirklich schwierig, du hast halt gesehen, da ist halt nicht nur ein Mann, der über den Zinnig hinaus, wusste, sondern es geht halt körperlich nicht mehr und eigentlich finde ich es wirklich schlimmer, du hast ja vorhin gesagt, schlimmer geht es nicht mehr, schlimmer geht noch, das kommt noch später, aber da fing es schon an. Das kam noch später, aber er hat den Titel ja auch relativ schnell wieder an den Andertaker dann verloren und hat sich dann auch gegen junge, aufstrebende Leute, würde ich jetzt mal sagen, auch dann doch hingelegt und zwar gab es ja das Match mit dem neuen, jungen, aufstrebenden Star wie Kurt Angle und da hat Kurt Angle ja durch Submission gewonnen, also ein Hogan hat hier aufgegeben. Ja, auch später gegen Brock Lesnar, das darf man auch nicht vergessen, dass hier auch ein Hogan ja auch im Bärhack passenderweise, wie in seinem ersten Match der gute Ted DiBiase, hat Hogan aufgegeben und das war auch ein deutliches Zeichen. Natürlich dazwischen, ich finde, das hat immer so Feelgood Moments gehabt, ich kann es dir nicht genau sagen, ich weiß, dass ich damals auch so ein bisschen, man hat so diese Hulkamania-Welle noch mal ganz kurz mitgenommen und ich fand das nicht so schlimm, ich fand auch diesen Moment, als er zum Beispiel dann mit Edge, den WWE, Tag-Team-Title irgendwie hier gewonnen hat und das war übrigens das erste Mal, weil die Megapowers waren die Tag-Team-Champion übrigens, das fand ich auch einen schönen Moment. Ja, auch für Edge, der ja ein riesen Hulk-Hogan-Fan war, muss man ja sagen und der ja sogar zusammen mit Christian bei WrestleMania 6 damals im Publikum wohl saß und ab da großer Hogan-Mark, Hogan-Fan war und der es dann schafft, wirklich so viele Jahre später mit Hogan zusammen noch mal Tag-Team-Champion zu werden, war schon ein besonderer Moment auch, ja, ich würde sagen, ich hatte aber auch so ein bisschen in diesem Feelgood, man hatte das Gefühl, das ist jetzt Hogens letzter Run, man gibt ihm noch mal ein paar Matches, gibt ihm noch mal ein paar Siege, das war für mich damals vollkommen okay, ich hatte damit überhaupt gar keine Probleme. Ja, ich konnte damit auch leben. Nee, man kann damit leben, wobei man noch sagen muss, als es zum ersten Mal von der WWE ging, war auch nicht das unbedingt beste Stimmung und jetzt beim zweiten Mal verließ er ja die Company ja auch 2003 und da halt auch wieder eher in Anführungszeichen im Streit. Wobei, das kann man noch ein bisschen später, wir haben natürlich da noch das Match bei WrestleMania 19 haben wir ja noch gegen Vince McMahon oder wo bist du jetzt gerade? Ja, danach. Achso, danach, dann lass doch erst mal noch das davor machen. Wenn wir noch mal ganz kurz zurückspringen hier, wir haben natürlich dann noch die Geschichte gehabt, dass ja Hogan kurz nochmal weg gewesen ist, Hogan hat sogar noch mal ein Match gegen The Rock gehabt, also ein Rematch bei No Way Out 2003 und es gab ja dann auch noch die Fede mit Mr. McMahon und da darf man auch nicht vergessen, dass nach WrestleMania 19 ein Hulk Hogan ja auch noch als Mr. America angetreten ist. Ach, das war Hulk Hogan wirklich? Ich dachte, das wäre jemand, der Hogan ähnlich gesehen hat, seine Moves benutzt hat und sogar Hogens Real American Musik auch als Entrance Musik benutzt hat. Ja, das war ja Teil der Storyline. Olaf macht einfach die Fantasie kaputt. Jetzt verstehe ich das, jetzt ist es logisch. Es gibt auch Szenen, wo Hulk Hogan sich selber zeigt. das stimmt. Die gab es tatsächlich. Ja, aber das basiert ja auf der Storyline auch mit Vince McMahon, dass er sich dann quasi, ich glaube, Hogan war gefeuert oder durfte nicht mehr antreten und kam dann dieser maskierte Mr. America. War schon witzig, ich glaube, daraus hätte man noch einiges noch wirklich machen können, aber es führte ja dann letzten Endes auch zu Unstimmigkeiten und auch zu dem, was David gesagt hat. ließ Hogan erstmal auch nochmal die WWE. Genau, also da war es dann auch ja Ende, beziehungsweise Mitte 2003 war es dann auch irgendwann einfach vorbei. Hogan war angeblich unzufrieden mit den, ja mit den, mit den Enden seines, seine Ausgänge und auch mit der, ja mit der, mit der Entwicklung, die halt hier seinen Charakter genommen hat und dann hat eben ein Vince McMahon hier gesagt, nee komm, dann halt eben nicht, dann bist du erstmal raus. Und dann ging es weiter, die WCW gab es ja nicht mehr, da musste man woanders hin. Ganz kurz mal zu unterbrechen, wir nehmen ja jetzt schon auch schon fast zwei Stunden auf, muss ich sagen und ich habe jetzt eben gerade gedacht, ach cool, wir sind ja schon fast am Ende, aber nein, ich habe natürlich die große und auch gar nicht so kurze, wirklich eine lange TNA-Zeit vergessen, die jetzt noch folgen sollte, lieber Olaf, du, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, es ist halt eben echt eine furchtbar lange Karriere und wir sind noch nicht mal hier auf den, auf den Skandalen großartig rumgeritten und sind ja auch teilweise durch die WCW-Karriere so ein bisschen durchgeholpert natürlich. Also, da muss man schon sagen, das, ja, da haben wir noch einiges vor uns hier, was dann noch kommt. Wir haben frühe Ausblicke natürlich mit TNA, begannen ja schon 2003, da gab es ja diese Pressekonferenz, wo sich Hogan und Jared mal gekloppt haben. Da haben wir immer gedacht, ah, mal gucken, ob da was passiert, passiert aber nichts. Hogan ist dann ja noch mehrmals bei der WWE wieder aufgeschlagen, ne, also 2005 ist er erstmal in die Hall of Fame wieder aufgenommen worden, das darf ich auch nicht vergessen. Wir haben diese ominöse Serie Hogan Knows Best gehabt, weiß gar nicht, habt ihr das eigentlich gesehen? David, hast du damals Hogan Knows Best gesehen? Ja, ich habe das gesehen und nicht nur ich, sondern das war eine Rekord-Einschaltquotensendung. Ja, die hat in Amerika, die hat in Amerika ein Rating von 1,9 gehabt, alleine und das war das größte Rating von dem Sender, wo es lief. Das war eine sehr, sehr erfolgreiche Sendung, die auch später auf MTV lief und Co., also es war halt wirklich eine Sendung, die Hogan vor allen Dingen beim jungen Publikum wieder hip gemacht hat. Ich würde eher, ich muss da, ja, die Sendung war erfolgreich, das stimmt, aber ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Hogan hip gemacht hat oder einfach nur seine unsympathische Familie porträtiert hat, weil ich hatte, ich habe das ja auch geschaut und ich habe damals so das Gefühl gehabt, boah, diese ganze Familie, die ist so unglaublich unsympathisch und was ja auch Nick Hogan also extremst nochmal bewiesen hat in den folgenden Jahren, wie unsympathisch er eigentlich ist. Ich habe es trotzdem geguckt, weil es unterhaltsam war und Hogan war der netteste in seiner Familie, muss man so sagen. Hogan war quasi die Katzenberger von damals. Ja, es ist einfach so, es war Trash-TV und es hat halt funktioniert und es war auf jeden Fall, der Name war bekannt, die Family war echt schwierig, aber er war halt dadurch wieder bei einer anderen Zielgruppe da und das war da auch die Zeit, wo er dann wieder ein drittes Mal zurückkam zu WWE und damit eine der für mich schlimmsten Sachen in seiner Karriere halt gemacht hat. Er hatte dann eine Fede gegen Wendy Orton, der damals halt das Gimmick hatte, Legend Killer und der halt wirklich eine Legende nach der anderen abfertigen konnte. Es kam zum Match dadurch, dass er sich halt ein bisschen an Bug, also die Tochter von Hogan ranmachte und ein Match, was so niemals hätte enden können und zwar hat Hogan Orton sauber besiegt. Genau und das war schon im Jahr 2006, muss man sagen. Du hast jetzt hier einen kleinen Sprung gemacht von 2003, kein Problem, von 2003 zu 2006, das ging überhaupt nicht. Ich habe mich damals auch unfassbar darüber aufgeregt, das weiß ich auch noch. Wir haben noch bei WrestleMania 21, um das nur ganz kurz hier der Vollständigkeit halber irgendwie aufzudröseln, ist Hulk Hogan hier aufgetreten, hat ja Eugene damals gerettet vor Mohamed Hassan und dem guten Daiwari damals. Es gab dann noch ein Tag-Team-Match später mit Hogan und Michaels gegen Hassan und Daiwari und dann gab es ja auch noch die legendäre Auseinandersetzung 2.5 müsste das ja dann gewesen sein zwischen Hogan und Michaels beim Summerslam. Da muss ich auch kurz hineingrätschen wie jetzt auch David fast bevor es David macht, sage ich es nochmal. David, du darfst gleich dieses Match besprechen, weil ich glaube, das ist eins seiner Lieblings-Matches überhaupt, würde ich behaupten. Aber nochmal ganz kurz, du hast, er hat Eugene geholfen damals und ich weiß, ich habe es nirgendwo gelesen, aber ich bin immer noch fest der Meinung, dass Eugene, der Charakter Eugene und der Name ja erschaffen wurden, weil Eugene ja Hogens richtiger zweiter Vorname ist. Ich glaube, dass als kleinen Angriff gegen Hogen hat Eugene diesen Namen gegeben. Ich habe es nirgendwo lesen, und ich konnte es nirgendwo rausfinden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das eigentlich so sein sollte. Er hat ja auch einen Hulk abgemacht. Ja, gell, also Terry, also Terry Eugene Bollier oder Terry Gene Bollier, wenn man später kann, aber das kommt von Eugene und ich glaube, dass es ein kleiner Angriff am Anfang war, als man diesen Charakter dem Namen gegeben hat. Egal, ich kann es nicht beweisen, es ist nur eine Behauptung von mir. David, your turn. Nee, ich muss da nicht sehr viel zu sagen. Das Match hatten wir schon im kleinsten Detail besprochen. Schon mehrfach tatsächlich. Schon mehrfach. Es ist einfach, es ist ein Match, was man gesehen haben muss, wo Shawn Michaels bei eben kurz mit Hulk Hogan den Boden aufwischt, aber halt nicht in westerischer Manier, sondern ihn einfach blöd aussehen lässt. Fantastisch, muss man gesehen haben. Die Feder an sich war gar nicht schlecht. Nö. Es war halt nur einfach, dass Hogan da im Grunde genommen wieder die Attitude gespielt hat wie früher, dass er halt sich nicht hindenken wollte. Genau, und das hat eben ein Shawn Michaels entsprechend quittiert mit Overselling, bis zum Gehtnichtmehr, springt bei jeder kleinsten Aktion von Hogan quasi ein Salto. Das war sehr witzig anzuschauen, das kann man nicht anders sagen. Aber, naja, machen wir mal so ein bisschen weiter, weil wir haben noch einiges vor uns. Du hast gerade den Sprung gemacht nach 2006 und Randy Orton absolut richtig. Danach war er dann erstmal tatsächlich bei der WWE raus und das auch erstmal für eine längere Zeit. Hat da so diverse Geschichten gemacht. In Memphis hat er gearbeitet, hat dann auch noch bei, hat er auch noch quasi eine eigene Tour gemacht namens Hulkamania Let the Battle Beginn, hat da gegen Ric Flair gekämpft nochmal von ein paar Matches, warum auch nicht. Aber ich glaube, richtig entscheidend kommt ist erstmal die Zeit dann bei TNA und das begann ja dann ja im Oktober 2009 wurde bekannt gegeben, dass Hogan einen Fulltime-Vertrag bei TNA unterzeichnet hat. Da haben wir auch schon passenderweise im letzten Podcast drüber gesprochen. Diese ganze Geschichte fand da im Mason Square Garden statt, die Vertragsunterzeichnung und Hogan hat dann später bekannt gegeben, dass er am 4. Januar 2010 ja in einer Live-Sendung bei TNA an einem Montagabend mit WWE Raw Head-to-Head gehen wird mit Impact. So, also das war dann der endgültige Sprung mit einer Promotion, die damals gut gewesen ist, die auf einem guten Status gewesen ist, was Zuschauer angeht, aber noch längst nicht vom Status her mit der WWE zur damaligen Zeit konkurrieren konnte. Und David, wir haben es letztes Mal schon so ein bisschen angesprochen, was Hogan da angerichtet hat. Er hat unter anderem ja den sechsseitigen Ring quasi abgeschafft in seiner Funktion, die er damals gehabt hat. Und auch noch klar gemacht, dass professionelles Wrestling nicht in einem Ring mit mehr als vier Seiten stattfinden sollte, was zu lauten Bucherufen sorgte. Ja. Ja, was willst du dazu noch sagen? Eigentlich hat, wir sagen mal, bei Hogan wiederholt sich ja manche Sachen immer wieder und hier war es eigentlich so, das war eins zu eins, das, was bei WCW alles kaputt gemacht hat, wurde dann hier übernommen. Man hat Eric Bischoff dazugeholt, Hogan hat seine alten Leute dazugeholt, die Nasty Boys waren auf einmal wieder da, wo man dachte, wow, die können doch gehen. Und es war halt vom Booking her schrecklich, Stars von TNA wurden runter unten gehalten oder halt als Neulinge teilweise dargestellt. AJ Styles zum Beispiel halt wurde als Jüngling dargestellt, obwohl er halt total etabliert war. Und die Waitings gehen immer weiter nach unten. Man hat sich selber in wichtige Storylines reingebookt, es gab noch eine Heal-Gruppierung und eine ganz traurige Zeit, weil du eigentlich live dabei warst als Zuschauer, um zu sehen, wie eine Promotion, die sehr etabliert war, das war jetzt nicht eine super große Promotion, aber sie war halt auf festen Füßen, war etabliert, sich langsam zerstört hat oder zerstört wurde nach und nach. Du konntest dabei zugucken. Ja, so war es dann auch tatsächlich. Ganz merkwürdig fand ich auch diese Kooperation mit Abyss, die Hulk Hogan da gemacht hat, wo er dann ja versucht hat, Abyss unter seine Fittiche zu nehmen und ihm ja seinen Hall of Fame Ring gegeben hat. Ganz merkwürdig. Also das habe ich auch damals überhaupt nicht gekauft und es hat sich so merkwürdig angefühlt. Hogan hat ja schon bei seinem, ja, hat ja wirklich alles angekündigt, was da passieren würde und im Endeffekt, wie du schon richtig gesagt hast, die Promotion wurde nicht nur auf den Kopf gestellt, sondern einfach das komplette Gesicht wurde verändert und dadurch hat TNA seinerzeit auch einfach ja die Identität verloren. Eric Bischof war natürlich auch noch im Boot. Wir hatten da plötzlich ja Matches mit Jeff Jarrett und Samoa Joe gegen Sting und Kevin Nash und da hing dann eben Hogan und und Eric Bischof auch noch drin. Es gab, du hast gerade hier Gruppierung angesprochen, es gab natürlich dann Immortal wenig später auch. Ja, und wo wir gerade den Namen Immortal hier in den Raum geworfen haben, das hing ja auch dann damit zusammen, dass ja ein Hulk Hogan hier tatsächlich nochmal bei Impact beziehungsweise bei TNA auch nochmal eine etwas prominentere und aktivere Rolle übernehmen sollte. Also bei Bound for Glory damals hätte er eigentlich schon in den Ring steigen sollen, nämlich an der Seite von Jeff Jarrett und Samoa Joe gegen Sting und Kevin Nash und D'Angelo Dinero ist dann aber nicht so weit gekommen, sondern stattdessen gab es dann ja am Ende einen Healturn seinerseits zum ersten Mal seit längerer Zeit und er verhalf dann Jeff Hardy damals zum Titelgewinn des vakantierten TNA World Heavyweight Championships und da wurde dann eben Immortal gegründet mit Jeff Hardy, Eric Bischof, Abyss, Jared und dann eben Hogan und letztlich ging es ja eigentlich immer nur darum, wer hier die Vorherrschaft innerhalb der Company haben würde und auf der anderen Seite bildete sich dann Ric Flares Gruppierung Fortune so ein bisschen an die Four Horsemen angelehnt. Also ja, das war alles ein bisschen schwierig und Hogan war damals auch gesundheitlich nicht besonders gut drauf und auch persönlich in dieser Zeit also sowohl von 2010, 2011, da gab es riesige Probleme weil 2007 hat seine Frau Linda damals die Scheidung eingereicht und es hat einen, ich meine es war ein vierjähriger Gerichtsprozess stattgefunden und Hogan musste da sprichwörtlich die Hosen runterlassen und musste unfassbar viel abdrücken und bezahlen und ich habe auch Interviews gesehen, dass er zu damaliger Zeit immer wieder gesagt hat so, nee, er will nicht die Karriere beenden weil er muss ja irgendwie Geld verdienen und er ist Wrestler und das ist das, was er kann. So, Punkt Ausrufezeichen Man muss sich aber trotzdem vor Augen halten, wie viel Geld dieser Mann verdient hat dass halt da nichts überblieb Ja, aber manchmal ich weiß nicht genau wie das da in den USA ist ich glaube da wenn du die entsprechenden Anwälte hast und sie hat ja dann auch teilweise wirklich schlimme Sachen vorgeführt also es gibt ja dann auch irgendwie, ich glaube war es nicht ein Buch was sie auch geschrieben hat wo auch dann erzählt worden ist dass sie, dass er übergriffig wäre und dass er homosexisch homosexuell wäre das war ja auch ein Vorwurf der ihm lange angehaftet ist schwierig es gab ja auch diverse Gerüche Hogan knows best wenn jemand also als wo ich jemand sagen will wenn jemand überhaupt nicht homosexuell wirkt dann ist es glaube ich Hulk Hogan für mich muss ich mal dazu sagen zumal der ja auch die Frauen von seinen Freunden knattert ja das ist ein anderes Thema das ist auch ein Thema was wir sicherlich auch noch gleich ansprechen werden weil ihr habt es gerade gesagt er hatte wenig Geld das Geld kam aber durch diesen Film auf jeden Fall zurück aber er schien ja auch trotzdem jetzt Storyline mäßig auch wieder Geld zu haben weil er wurde ja dann ist doch wieder zu Impact zurückgekehrt und wurde ja auch der neue Besitzer von TNA Storyline mäßig ja Storyline Besitzer genau darum ging es ja dann im Endeffekt diesen Streit mit Dixie Carter und Nick Foley den man da auch noch erwähnen muss der ja auch auch noch involviert wurde in diese Storyline also es klingt schlimm aber es war auch schlimm genau es gab ja dann letztlich auch noch mal ein Match mit Hogan gegen Sting das war 2011 bei Bound for Glory und da wurde dann eben diese Storyline auch beendet also Garrett Bischoff war damals Special Referee und dadurch dass Sting gewonnen hat hat Dixie Carter die Kontrolle über die Company zurückgewonnen ansonsten hätte Hogan nämlich weiterhin ja hier am Ruder bleiben können und Sting hätte die Promotion verlassen müssen denn Hogan verlor hier zwar aber am Ende wurde eben ein Sting von Immortal attackiert und Hogan der damals schon blutüberströmt gewesen nach einer großen Schlacht der beiden ja turnte dann wieder Babyface und half Sting gegen Immortal und ich muss ehrlich sagen ich kann mich da noch ziemlich gut dran erinnern weil ich fand das damals geil ich kann es dir nicht genau sagen wieso irgendwie haben die mich damals getriggert obwohl das grauenvoll gewesen ist aber es war schon ich fand das schon cool muss ich sagen das hat mir ganz gut gefallen aber ja schwierige schwierige Christopher Hogan bei TNA ist wirklich ist wirklich kompliziert 2012 2013 ging es dann auch weiter mit der Aces and 8 Storyline ich glaube Shaggy da warst du ein größerer Freund von oder bei mir war das schon die Zeit da habe ich schon TNA nicht mehr so intensiv verfolgt ja ich habe TNA auch nicht so intensiv wirklich verfolgt aber die Aces and 8 Storyline hat mich ein bisschen wieder zurückgebracht das war was ich nicht gut fand dass Arnold Brooke Hogan zu dem Zeitpunkt auch ein großer Unair Charakter war bei TNA aber das basiert gerade aufgrund dieser Story was auch noch wer auch noch hinzu kam ist ein Garret ähm warte mal Bischof Garret Bischof genau sorry der Sohn von Eric Bischof den ja auch quasi Hogan galt als sein Mentor und die hatte man als Onair Charaktere in Bully Way hat eine größere Rolle gespielt es gab eine Gruppierung von so ja Bikern die Rocker die quasi TNA aufgemischt haben TNA an sich reißen wollten so ein bisschen die auch am Anfang nicht nur unter Masten gesteckt haben und Hogan hat und Hogan natürlich hatte also Hogan hatte war im Kreuzfeuer der Gruppierung so ein bisschen wie andere auch wie auch eine Prug und Prug hatte damals eine Onair Beziehung mit Bully Way der sie damals auch so ein bisschen unterstützt hat gegen die Aces on 8 und irgendwann haben sich die Aces on 8 nach und nach demaskiert unter anderem ein 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 war einer der unter den Masken gesteckt hat und letzten Endes gab es kam raus dass der Präsident von Aces on 8 niemand geringer als als Bully Way war coole Storyline letzten Endes aber das waren auch nur ein paar Monate weil es eigentlich irgendwie interessant aufgebaut war weil es hätte alles sein können und das Ende war schon irgendwie ganz cool aber die Geschichte wie es dann mit Aces 8 weiterging aber die kann ich auch nicht mehr so richtig erinnern und ist auch glaube ich nicht wirklich erwähnenswert es sollte doch mal wieder eine Hochzeit geben na klar soll es eine Hochzeit geben ja also auf jeden Fall da war Hogan eben auch noch in einer Off-Air-Rolle mehr oder weniger mit also nicht on-air zwar aber eben nicht mehr aktiv im Ring er sollte auch mal von den von Aces 8 attackiert werden aber er ist eben nicht mehr wirklich aktiv in den Ring gestiegen und gerade diese Paarung Hogan und Sting die wurde hier eben längere Zeit beibehalten aber am Ende vom Tag war es dann auch so dass eben ein Hogan nachdem sein Vertrag ausgelaufen ist und quasi auch seine On-Air-Rolle hier quasi beendet worden ist indem er einfach das Angebot von Dixie Carter also On-Air jetzt abgelehnt hat ihr Business Partner zu werden hat er abgelehnt und daraufhin war er dann auch erstmal raus bei TNA und hat sehr viel verbrannte Erde hinterlassen und jetzt kommen wir tatsächlich langsam so ein bisschen zu dem Ende von Hogan's Karriere also aktiv hat er seine letzten Matches 2-12 bestritten muss man dazu sagen die letzten dann wirklich bei der TNA Maximum Impact Tour an der Seite von James Storm und Sting gegen eben Bobby Roode übrigens Bully Ray und Kurt Engel es gab übrigens das habe ich ganz vergessen zu sagen aber ich wollte eigentlich gerade eben noch darauf anspielen dass wir schon mal eine Paarung gehabt haben mit Team Hogan und Team Ric Flair wie wir es jetzt eben dann auch die Miss bei Crown Jewel haben damals war bei Lockdown Trapp Team Hogan das war Hogan Abyss Jared Jeff Hardy und Rob Van Dam trafen auf Ric Flair und das war Ric Flair Sting Desmond Wolf Robert Roode und James Storm also da gibt es schon so ein bisschen Parallelen aber springen wir wieder zurück hier ins Jahr 2014 mehr oder weniger wo dann ein Hogan langsam wieder zurück ins WWE Produkt gerutscht ist es gab die ersten Aufnahmen auf dem Network und bei Wrestlemania 30 damals fungierte er dann eben als Host und da gab es das legendäre Segment mit Hulk Hogan The Rock und Steve Austin und dem Silver Dome Super Dome und dem Silver Dome genau er hatte seinen persönlichen Super Blow da genau das genau das ja es gab noch eine Hogan Appreciation Night 2015 für ihn ja es gab auch nochmal es gab auch nochmal einen Auftritt natürlich es gab hier auch nochmal bei Wrestlemania 31 wo er nochmal an der Seite von Hall und Nash natürlich hier die NWO so ein bisschen hat aufleben lassen aber dann natürlich auch auf Seite von Sting gegen Triple H mit die Ex das hat auch nicht so richtig also Sting und NWO schwierige Kombination eigentlich immer gewesen aber naja was wir hier nochmal ganz kurz irgendwie anmerken müssen ist natürlich die Sache mit dem ominösen Skandal 2015 es gab ein Sextape es gab natürlich auch passenderweise dann auch innerhalb dieses Sextapes auch noch rassistische Äußerungen die es gegeben haben soll und Hogan war so schnell wie er teilweise gehypt worden ist bei WWE ist er dann auch wieder davon verschwunden David wie hast du es damals wahrgenommen ich fand es das klingt jetzt total übel aber irgendwie passt es für mich zu dem Hulk Hogan den ich als Fan halt eingeschätzt habe von WCW an und dann die Jahre danach also charakterlich nicht unbedingt das was ich als Vorbild nennen würde und die rassistische Aussage boah das war schon harte Nummer also gibt es halt auch nicht von wegen so er ist mir so rausgerutscht ich habe sonst immer mit Schwarzen zusammengearbeitet nee macht man nicht ja ist natürlich so eine Sache auf so einem Sextape was aufgenommen worden ist und von dem du nichts wusstest wenn das das gerade als ja aber allein schon die Tatsache was da auf dem Sextape ist dass er irgendwie die Frau von seinen Kumpel war das nicht Brother Love sogar nee es war nicht Brother Love es war Baba the Love Sponge war das war halt ein Kumpel und der vögelt da halt einfach seine Frau während er zeitgleich verheiratet ist klar aber sein Kumpel hat es auch gefilmt und hat das quasi verkauft also das war ja quasi auch eine Finte von was weiß nicht ob es cooler ist aber Hogan war verheiratet ja ich weiß aber nicht ob es cooler ist wenn Hogan also was ich jetzt besser heißen soll wenn Hogan die Frau seines Freundes filmt oder wenn sein Freund heimlich Hogan filmt wie er mit seiner Frau schläft also das ist beides irgendwie ein bisschen crazy würde ich sagen aber da ging es um Geld und Geld letzten Endes ist ja auch wirklich arg geflossen weil Brother Love Sponge hat ja den Film verkauft damals und die haben wie hieß die Seite Gorka genau und die haben ja das hat sich auch ausgestrahlt und der Hogan hat die verklagt und das hat ihm auf jeden Fall nicht eine ganze Menge Geld eingebracht nicht nur den Ärger wegen des Nigger Spruchs sondern auch wirklich eine ganze ganze Menge Geld und tja beides irgendwie nicht so cool aber ja der war ja erstmal 115 Millionen gut er hat nicht alles komplett bekommen meines Wissens irgendwie letzten Endes aber es ist schon eine mehr Hogan es war auf jeden Fall endlich wieder hatte endlich wieder ein bisschen mehr Geld noch und das war schon aber trotz allem war er dann erstmal draußen bei der WWE Mattel hat seine Hogan Figuren nicht mehr weiter produziert man hat Hogan nicht mehr als Hall of Fame Mitglied bei der WWE quasi geführt also da gab es schon einige großen Rattenschwanz der noch dran hingen ja genau das also es ist eine ganz ganz eigentlich morbide also es ist schon ziemlich grauenvolle Geschichte eigentlich von allen Beteiligten muss man ganz klar so sagen Hogan hat sich ja dann auch im Nachhinein natürlich dafür entschuldigt er hat auch gesagt dass er zu dem Zeitpunkt als dieses Tape aufgenommen worden ist dass er da nicht gerade in dem besten Zustand gewesen ist psychischer Art es ist schon echt eine schwierige Sache dass man ihn da quasi bei WWE erstmal vorübergehend quasi aus allen Zusammenhängen rausgestrichen hat macht irgendwo Sinn er hat aber auch ja Rückendeckung von sehr vielen Wrestlern und Kollegen erhalten also egal ob es ein Virgil gewesen ist als Einnahme aber auch The Rock Dennis Rodman Booker T und so weiter und so fort da haben viele viele haben da eben auch gesagt dass sie ja dass sie nicht glauben dass Hogan zum Beispiel ein Rassist ist und dass das einfach dumm gewesen ist in dem Augenblick und haben da milde walten lassen sage ich mal aber trotzdem schwierige Sache Ende vom Lied ist ja dann dass er trotzdem ein bisschen später wieder zurückgekommen ist 2018 nämlich und wieder ja in die Hall of Fame wieder aufgenommen worden ist und Hogan dann eben jetzt zuletzt natürlich dann auch als Host also 2018 dann Host von Crown Jewel natürlich gewesen ist er war bei bei Raw dabei als als Mean Gene Oakland hier verstorben ist das war auch das fand ich auch ganz schön muss ich sagen dass das er da so als alter Weggefährte mit dabei gewesen ist er hat Brutus Beefcake in die Hall of Fame aufgenommen das hat den Shaggy ganz besonders gefreut ja was mich besonders gefreut hat ja das hat er gemacht aber du hast es ist jetzt nur doch ein paar Jahre vergangen bis Hogan wieder zurückkam also so wenig war es jetzt nicht also man hat schon wirklich lange gewartet aber was mich wirklich besonders gefreut ist mir endlich auch mal live Hogan's Musik anzuhören weil ich war ja bei bei Wrestlemania 2019 und da kam ja Hogan's Musik an der Seite von Alexa Bliss kam ja raus und das war schon was besonderes dann so mit weiß ich nicht mehr wie war 80.000 Menschen Hogan's Musik zu feiern und Hogan zu sehen also das ist auch immer noch trotzdem hat er irgendwie eine gewisse Aura ich fand es toll ja also ich sag es mal so ich habe Hogan noch nie live gesehen der ist immer auf meiner Bucketlist das ist so ein bisschen traurig also wir haben gerade dieses Gerichtsverfahren angesprochen ich glaube 100 Millionen waren war die Klage aber ich glaube er hat am Ende offiziell 31 Millionen davon bekommen also es war nicht komplett generell wir haben die Hogan's Familie angesprochen da gab es auch da gab es auch eh schon diverse Zerwürfnisse er muss wohl auch keinen einfachen Stand gehabt haben sagen wir es einfach mal sagen wir es einfach mal so und das Geld von Crown Jewel hat er auch gerne angenommen ja natürlich also ich meine der Typ also die Promo davon braucht das Geld ja das war ein Anbieter ja natürlich also hey es ist Crown Jewel also es ist halt wirklich bitter aber das haben ja auch andere Wrestler schon gemacht und haben gesagt wir müssen auch irgendwo unsere unsere Rente finanzieren und das ist ja im Endeffekt nichts anderes er finanziert sich mit den letzten Auftritten die er jetzt noch macht nochmal sein Leben und jetzt ist es ja auch wirklich so dass er da nochmal genauso wie Ric Flair quasi als ja was ist er denn eigentlich Manager Wegbegleiter was auch immer dieses Ten Man Tag Team Matches dann bei Crown Jewel antreten wird ob man das jetzt haben muss und er möchte noch ein letztes Match gegen Vince McMahon haben das wollte ich auch nochmal ansprechen die Gerüchte gibt es ja dass es noch ein letztes Hogan Match geben soll das wird sicherlich entweder bei wenn es das geben soll bei WrestleMania oder hoffen wir doch eher bei einem Crown Jewel Event stattfinden wenn es so sein sollte es sei ihm gegönnt aber ich glaube ich spreche für uns alle drei wenn ich sage wir müssen das nicht mehr unbedingt sehen ich möchte ihn eigentlich gegen Lesnar sehen wie er ihn abfertigt oder wie er ihn besiegt vielleicht besiegt er auch den Fiend einfach in einem Match clear nach dem Berhack also das ist echt schon Hogan ist schon eine komische Figur also fast schon hin und wieder auch fast eine tragische Figur aber wie das dann letztlich mit ihm weitergehen wird das werden erst die nächsten Monate und Jahre zeigen also er ist ja auch wie gesagt jemand der schwere gesundheitliche Probleme gehabt hat gerade eben mit dem Rücken er hat übrigens auch schon mal auch schon mal auch schon mal Kliniken verklagt wegen falscher Behandlungsweisen also das hat er auch schon mal gemacht aber nichtsdestotrotz ist er auf jeden Fall jemand der dem Wrestling auch auf der einen Seite sehr viel gegeben hat also ich finde Hogan bringt eigentlich beide Seiten mit er hat uns auf der einen Seite unheimlich viele Erinnerungen geschenkt gerade in für uns in jungen Jahren und auf der anderen Seite hat er auch echt viel zerstört und das ist was das trifft bei diesem bei dieser Kunstfigur Hulk Hogan einfach so hart aufeinander dass ich mir da einfach wirklich schwer fällt hier ein Resümee zu ziehen deswegen verweise ich das resümee einfach an euch das ist ja meine schöne Aufgabe hier als Moderator Shaggy was ist denn dein Fazit von Hulk Hogan trotz aller Geschichten die wir jetzt hatten alle negativen Geschichten und allem drum und dran es gibt Macho Man Wendy Savage es gibt Bret Hart es gibt John Michael Sting Ric Flair aber die drei großen Stars zumindest würde ich das jetzt mal behaupten das Wrestling sind Steve Austin The Rock und natürlich Hulk Hogan also Hogan ist Wrestling Hogan hat Wrestling zu der Zeit wirklich groß gemacht als also ohne Hogan weiß ich nicht klar vielleicht hat man jemand anderen gefunden aber es war nun mal Hogan der Wrestling groß gemacht der Wrestling ins Mainstream gebracht hat das ist ein charismatischer Mensch gewesen der wirklich sehr sehr viel ausgestrahlt im Ring kein schlechter ich weiß nicht wo Wrestling stehen würde ohne Hulk Hogan vielleicht hätte es den gleichen Weg gegangen aber er war auf jeden Fall ein Wegbereiter und ich sage wie gesagt Austin Rock und Hogan das sind die drei großen des Wrestlings David Hogan ist auf jeden Fall eine Legende des Wrestlings ohne ihn wäre Wrestling nie so groß geworden ohne Wrestling wäre Hogan nie so groß geworden denke ich er war ja sag mal er hat legendäre Matches abgeliefert legendäre Momente allerdings ist bei mir im Hinterkopf immer und das wird sich bei Hogan einfach nicht ändern der Gedanke dass er nicht nur von Wrestling profitierte sondern halt auch dafür sorgte dass er das nicht nur das Bestmögliche rausholt sondern halt meinetwegen auch was zerstört Hauptsache er hat den größten Vorteil und diese diese Gedanken den kriege ich nicht mehr weg ja das ist eben auch genau mein Problem aber ich stimme da auf jeden Fall auch bei einen Hulk Hogan ist einer der größten war lange Zeit der absolut größte also 80er und 90er da ging einfach nichts über Hulk Hogan Hulk Hogan symbolisierte damals das Wrestling Hulk Hogan hat das Wrestling verändert in beide Richtungen und ich bleibe auch dabei dass Hulk Hogan eine glorreiche und eine tragische Figur des Wrestlings in einem ist Problem mit privaten Problemen und so weiter und so fort das ist ich kann das auch alles nicht mehr wirklich voneinander trennen wenn ich aber an Hogan zurückdenke dann denke ich auch vor allem an die großen Matches die er gezeigt hat in den Anfang der 90er egal ob es gegen Andre the Giant ist ich glaube ohne Hulk Hogan hätte ich wahrscheinlich auch nie den Warrior so geliebt wie es damals der Fall gewesen ist und ohne Hogan hätte vielleicht auch WrestleMania 8 nicht so gut für mich funktioniert also da waren ganz viele Sachen dabei die mich emotional auch da mit einem Hulk Hogan verbinden vielleicht auch meine Liebe zum Wrestling das spielt da garantiert auch mit rein weil Hulk Hogan war damals der lebensgroße Superheld den wir im Wrestling Ring sehen wollten trotz aller menschlichen Schwächen die er offensichtlich ja mitbringt da gibt es ja gar nichts aber wer hat die nicht und wie spannend diese Geschichte wird das finden wir natürlich auch noch dann irgendwie demnächst in einer durch Netflix produzierten Biopic also durch eine Dokumentation heraus wo niemand Geringeres als Tor persönlich Chris Hemsworth hier Hulk Hogan spielen soll und da soll nochmal Hulk Hogans Leben resümiert werden also ich denke das kommt wahrscheinlich nächstes Jahr auf dem Streaming Portal mal gespannt wie das aussehen wird wie dem auch sei ich glaube damit können wir hier den Deckel auf den Hulk Hogan Podcast in Überlänge drauf machen wir sind mal wieder bei zweieinhalb Stunden gelandet solide wir schenken uns heute so ein bisschen die Fragen Rubrik weil wir haben eigentlich nur eine richtige Frage jetzt aktuell bekommen wir haben ja im letzten Podcast schon einige noch beantwortet ich habe noch so ein paar auf Halde die schiebe ich so ein bisschen auf aber eine aus aktuellem Anlass weil die mehrfach gekommen ist nämlich habt ihr NWA Power schon gesehen ich habe es noch nicht gesehen ich glaube David hat es auch noch nicht gesehen oder nein aber Shaggy hat sich ich habe es schon gesehen die ersten beiden Folgen beide noch nicht ganz fertig geschaut aber die gab es jetzt schon ja es ist irgendwie wirklich reizvoll das ist ganz spannend ich meine ich bin ja eh war früher ein Smashing Pumpkins Fan übrigens Billy Corgan Wrestling hat sich die NWA gekauft einen großen Namen und das was er zeigt ist wirklich das Wrestling aus den 80ern oder sogar aus den 70ern also es ist Studio Wrestling Publikum der Ring im Studio es sieht irgendwie wirklich so richtig old school aus es funktioniert und es hat es bringt glaube ich auch wieder Wrestling Fans von damals auch wieder zurück es ist ein neuer witziger Farbtupfer ich glaube ich werde es mir nicht ständig immer anschauen aber so die ersten beiden Folgen waren schon irgendwie ganz witzig zu verfolgen man hat da auch große Namen hat bekannte Namen man hat aber auch Leute die von denen ich noch nie was gehört habe vorher aber es ist irgendwie wirklich witzig aufgebaut schaut mal rein wenn man so auf diesen old school Kram steht dann hat man da genau das Richtige entdeckt und wenn Shaggy's Meinung nicht reicht auch so Wok hatte damals getwittert was heißt damals vor ein paar Tagen getwittert dass der Rest oft begeistert ist von dem Ding und genau was soll was wollt ihr machen wenn The Wok und Shaggy euch das sagen Dankeschön für den in einem Atemzug mal mit The Wok genannt zu werden das hätte ich wahrscheinlich nie erlebt aber wenn Shaggy und The Wok das sagen warum auch nicht eine Frage kommt hier gerade noch ganz schnell rein übrigens kommt die nehmen wir noch komm der Nico fragt nämlich weil Kai und ich so ein bisschen die These aufgestellt haben ob man irgendwann Braun Strowman und Bray White wieder zusammenstecken würde jetzt wo beide bei Smackdown sind und dahin gedraftet worden sind was würden wir davon halten die beiden nochmal in ein Tag Team zusammenzustecken den Fiend und Brawny David schwierig muss ich nicht haben Shaggy ist mir egal muss ich aber auch nicht haben also ich meine mit dem Fiend Charakter geht man ja nicht unbedingt jetzt sehr gut um muss ich sagen und ja wird vielleicht irgendwann wie die White Family auch die wird es irgendwann vielleicht auch mal wieder geben wenn es in fünf Jahren passieren würde im WWE Ring wäre es vielleicht cool aber wenn es jetzt innerhalb der nächsten Monate schon passiert nee nee will ich nicht ich denke dass wir das kriegen würden werden vielleicht sogar schon ein bisschen eher als in fünf Jahren sondern ich glaube schon dass wir das in ein bis zwei Jahren aller spätestens sehen werden weil sich bei Smackdown unweigerlich irgendwann die Wege der beiden kreuzen wird als Team fände ich es schwierig einfach weil es natürlich schon jetzt gerade mit dem Fiend Charakter schon sehr übermächtig werden könnte und obendrein auch noch ein bisschen Cartooni irgendwo da habe ich ein bisschen ein bisschen Angst vor aber derzeit muss man ohnehin Angst darum haben wo der Fiend Charakter hinläuft insofern sage ich mal ich fände es ganz vorsichtig interessant aber mehr dann eben auch nicht ich will es nicht unbedingt sehen so ich glaube das reicht erstmal so als Antwort und nächste Woche geht es hier weiter machen wir wieder einmal so ein Special Podcast da sprechen wir dann über Gimmicks und zwar da über Gimmickwechsel passend zu Bray Wyatt eigentlich also wie wurden Wrestler durch Gimmickwechsel und Gimmickveränderungen und Anpassungen und vielleicht auch recycelte Gimmicks irgendwo ja nochmal gerettet vielleicht auch manchmal in die Krise gestoßen da werden wir nächste Woche drüber sprechen und ich sage wie immer Dankeschön an David und Shaggy hier an erster Stelle die hier wirklich mit mir wacker zweieinhalb Stunden fast durchgehalten haben Dankeschön sehr sehr gerne ich möchte ganz am Ende auch nochmal kurz die Worte sagen die ich genauso ehrlich meine wie Hulk Hogan es auch immer gesagt hat sprecht eure Gebete esst eure Vitamine genau das müsst ihr machen glaubt an euch selbst und geht trainieren hast du vergessen und seid echt Amerikaner das hat er auch gesagt genau das wollte ich auch sagen esst eure Vitamine sprecht eure Gebete trainiert und glaubt an euch selbst und seid richtige Amerikaner aber nicht andersrum nicht esst eure Amerikaner esst eure Amerikaner esst eure Amerikaner sprecht eure Vitamine Vitamine es artet schon wieder aus ich glaube wir müssen alle ins Bett wir sind overpodcasted ich hoffe ihr hattet Spaß dabei über uns hier zweieinhalb Stunden zuzuhören und über Hulk Hogan und seine Karriere ich sage Dankeschön bis zum nächsten Mal unterstützt uns auf Patreon und Steady wenn ihr Bock drauf habt macht's gut tschüss tschüss